Das CBD-Buch von metaller.de von Doris Gapp und Michael Färber. Gelesen von Michael Gückl. Eine Produktion der Hörbuchfabrik. Vorwort Es ist unbestritten, dass das Geschäft mit Hanfshops derzeit gut läuft. In fast jedem Ort gibt es inzwischen einen Shop, der mit einem Hanfblatt auf Produkte aus- und mit Cannabidiol-CBD aufmerksam macht. Doch was ist dran an dem Hype? Gehört der Konsum von Hanfprodukten einfach zum momentanen Lifestyle? Oder geht es dabei wirklich um gesundheitsfördernde Eigenschaften? Die Kunden von Hanfshops sind jedenfalls äußerst vielfältig, wie ein Lokaltermin zeigte. Der kiffende Student, der mit CBD seinen Cannabiskonsum reduzieren möchte. Die ältere Dame, die verschämt murmelt, sie habe da so etwas über legales Hasch gehört, von dem man besser schläft. Und kichernde Jugendliche, die hoffen, dass unter der Ladentheke das richtige Cannabis verkauft wird. Kiffen für Streber betitelte das Zeitmagazin einen Artikel über CBD-Produkte. Unbestritten ist der legale CBD-Konsum deshalb vor allem bei Millennials deshalb so beliebt, weil es perfekt als natürliche Entspannung verkauft wird. In Zeiten der Burnout-Prävention, wo Self-Care und Wellness stets ein offenes Ohr finden, klingt das perfekt. Bestimmt steckt auch die Hoffnung dahinter, dass, wenn man sich erst an den Konsum von legalem Cannabis gewöhnt hat, die Legalisierung von THC in greifbare Nähe rückt. Ist Kiffen ohne bekifft zu sein also nur eine clevere Marketingstrategie? Damit ihr euch darüber eine eigene Meinung bilden könnt, haben wir für euch im CBD-E-Book von metaller.de eine große Menge an Informationen zusammengetragen. Diese sind übrigens nicht die zusammenkopierten Verkaufsempfehlungen unserer Affiliate-Partner, sondern werden durch wissenschaftliche Beweise und Studien untermauert. Welche Informationsquellen benutzt wurden, steht in unserem Quellenverzeichnis. Wir wünschen euch gute Unterhaltung bei der Lektüre und hoffen, dass wir euch ein paar Neuigkeiten berichten können. Ein Ausflug in die Geschichte des Hanfs Die Klischees über Hanf und dessen Konsum kennen wir praktisch alle. Ebenso wie das Hanfblatt auf Postern, T-Shirts und allen möglichen Gebrauchsgegenständen. Auch mit dem Kultivieren von Hanfpflanzen wird experimentiert. Aber was wissen wir sonst über die Heil- und Nutzpflanze? Im CBD-Buch von metaller soll es auch darum gehen, euch die Kulturgeschichte des Hanfs ein wenig näher zu bringen. Deshalb nehmen wir euch jetzt mit auf eine kleine historische Reise. Heimat des Hanfs – Asien Die Geschichte nimmt ihren Anfang in China, wo es eines der ersten schriftlichen Zeugnisse über den Hanfgebrauch gibt. Und zwar vermutlich aus dem Jahre 2800 vor unserer Zeitrechnung. Über diesen Zeitraum herrscht bei Forschern Uneinigkeit. Allerdings ist die Hanfpflanze vermutlich die erste vom Menschen kultivierte Pflanze. Jedenfalls verfasste Kaiser Shen Nung, der als Gott der Medizin und des Tees, sowie als Mitbegründer der chinesischen Kultur gilt, ein Buch über den Hanfgebrauch in der Medizin. Konkret wurde Hanf unter anderem als Heilmittel für Malaria und Rheuma genannt. Hanf wurde von den Chinesen jedoch nicht nur als Medizin verwendet. Sie wussten auch die Nahrhaftigkeit der Samen und das reißfeste Material der Stängel zu schätzen. Vermutlich wurde auch die berauschende Wirkung beim Verzehr der Blüten bald entdeckt. Aus der Zeit der Gushi-Kultur entdeckte man als Grabbeigaben Cannabisblüten, welche wohl aufgrund der psychoaktiven Wirkung verwendet wurden. Auch aus Mesopotamien und Ägypten gibt es frühe Hinweise auf den Gebrauch von Hanf zu Heilzwecken. Während die Chinesen Hanf bereits zur Papierherstellung entdeckten, führte man im Römischen Reich Kriege um den Rohstoff. Hanf-kultivierender Ackerbau fand außerdem in Indien und Tibet, dem heutigen Irak, in Kasachstan und bei den alten Griechen statt. Im Zuge der Völkerwanderung gelangte der Hanf schließlich auch in das restliche Europa. Die ältesten Hanffunde in Europa stammen aus Deutschland. Sie sind rund 5.500 Jahre alt und kommen aus dem Raum Eisenberg in Thüringen. Hanf im Mittelalter und der Neuzeit Hanf war auch aus den folgenden Epochen nicht wegzudenken, denn nun wusste man auch die Stängel zu Seilen, Tauen und Segeln zu verarbeiten. Ohne die reißfeste Hanffaser hätte man zum Beispiel den Langbogen als Waffe gar nicht verwenden können. In der Schifffahrt war Hanf deshalb so beliebt, weil es resistenter gegenüber dem salzigen Meerwasser ist und sich auch weniger mit Wasser vollsaugt wie Baumwolle. Flachsleinen wiederum verrotten rasch, wenn es längere Zeit feucht ist, im Gegensatz zur Hanfleinwand. Das Öl der Hanfsamen verwendete man als Speise- und Lampenöl. Und schließlich entdeckte man auch in Europa den Hanf zur Papierherstellung, wie es in China bereits längst gang und gäbe war. Die Spanier waren die Ersten. Deutschland folgte 1290 mit der ersten Papiermühle in Nürnberg. Berühmte Druckwerke wie die Gutenberg-Bibel oder die amerikanische Unabhängigkeitserklärung sind auf Hanfpapier verewigt. Und wenn wir schon bei besonderen Einzelstücken aus Hanf sind, auch die erste Jeans von Levi Strauss im Jahre 1870 produziert, entstand aus Hanf. Der Hanfonbau wird verdrängt. Während man in Venedig noch auf die Qualität der Hanfseile baute, entdeckte man in Südwestdeutschland etwas Rentableres, den Anbau von Tabak. Auch für die Seilerei wurde ein anderer Rohstoff bedeutsam, und zwar die Fasern des Agavenbaums als Sisal bekannt. Mitte des 20. Jahrhunderts setzte die Bekleidungsindustrie immer mehr auf Kunstfasern. Es wurden auch immer wieder Anti-Cannabis-Kampagnen laut. Der Diplomat Harry J. Ernstlinger spielte diesbezüglich zum Beispiel eine große Rolle. In den USA setzten sich führende Industrielle aus der Baumwoll- und Pharmaindustrie für die Einführung einer Hanfsteuer ein. Schließlich wurde auch ein Hanfanbauverbot erlassen. Kurze Bedeutsamkeit erlangte der Hanfanbau noch einmal in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, als Rohstoffknappheit herrschte und die Armee strapazierfähige Kleidung benötigte. Erst in den 1990er Jahren erlebte Hanf in der Landwirtschaft ein Revival. Der Anbau wird auch kontinuierlich gesteigert, dennoch ist die Nachfrage immer noch größer als das vorhandene Angebot. Die Nutzung ist immer noch dieselbe, denn immer noch sind die Hanfseile den Baumwollseilen qualitativ überlegen, und auch die Papierindustrie profitiert von der Haltbarkeit. Hanf kommt auch in der chemischen Industrie zur Anwendung als Basis für Farben, Lacke, aber auch Waschmittel. Das weltweite Interesse am Hanfanbau führte dazu, dass mit dem Stand 2017 52 Nutzhanfsorten zum Anbau in der Europäischen Union erlaubt sind. Nutzhanf ist besonders beliebt als nachwachsender Rohstoff. Die Zucht ist problemlos und es können alle Pflanzenteile verwendet werden. Die Pflanze ist höchst resistent gegenüber Schädlingen, pflegeleicht und im Anbau werden keine Herbizide benötigt. Der Hanf in der Medizin Schon seit vielen Jahrhunderten werden Cannabinoide, welche aus dem Medizinalhanf Cannabis gewonnen werden, in Medizin und Pharmakologie angewandt. Die ersten Hinweise auf die Verwendung von Cannabis stammen von den alten Ägyptern aus dem 16. Jahrhundert. Auch der chinesische Urkaiser Shenlong erwähnte den Medizinalhanf in seinem Heilpflanzenbuch. Das Harz der Cannabisblüte wurde damals unter anderem für Gicht, Rheuma, diverse Frauenleiden, Verdauungsprobleme oder sogar Geistesabwesenheit eingesetzt. Arabische Ärzte entwickelten die Medizin aus der Antike weiter. Sie verwendeten allerdings überwiegend Hanfsamen und deren Öl statt die Blätter der Pflanze. Die schmerzstillenden Eigenschaften von Cannabis waren damals bereits bekannt, ebenso wie die Wirksamkeit bei Hautkrankheiten oder bei Wurmbefall. Als nächstes hielt die Cannabispflanze Eingang in die Klostermedizin. Auch die bekannte Äbtissin Hildegard von Bingen heilte und behandelte damit Übelkeit und Magenschmerzen. Dass Cannabis eine Bedeutung in der modernen Medizin bekam, verdanken wir dem irischen Arzt William Brooke O'Shaughnessy und seiner Stationierung in Kalkutta. Der lernte dort nämlich die schmerzstillende und muskelrelaxierende Wirkung des indischen Hanfs kennen und schätzen. Im 20. Jahrhundert war die Wirkung cannabishaltiger Medikamente jedoch vielen Ärzten und auch der Pharmaindustrie suspekt. Man argumentierte, dass die Wirkung schwankte, die Medikamente schwierig zu dosieren seien und das Risiko von psychotropen Nebenwirkungen bestehe. 1925 wurde Cannabis durch einen Beschluss der Opiumkonferenz in Genf sogar weltweit verboten. 1961 wurde der Konsum im Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel wieder neu definiert. Da heute die Rechtslage um den Konsum von Cannabis bzw. der Verschreibung cannabishaltiger Medikamente in der EU sehr unterschiedlich definiert ist, widmen wir diesem Punkt im weiteren Verlauf ein eigenes Kapitel. Heutiger Wissensstand Es wurden 113 verschiedene Transformationsprodukte aus der Hanfpflanze identifiziert, die sogenannten Cannabinoide. Zu den bekanntesten gehören das Tetrahydrocannabinol, THC, und das Cannabidiol, CBD. Um Cannabis medizinisch wirksam einsetzen zu können, ist es von Bedeutung, dass sich die beiden Stoffe THC und CBD gegenseitig ergänzen. Ärztlich verordnet werden können die Wirkstoffe einzeln oder gemeinsam. Schmerzlindernd wirken beide Cannabinoide. Dem THC werden außerdem appetitanregende, muskelrelaxierende Wirkungen zugeschrieben. CBD hingegen wirkt angstlösend, krampflösend und schützt Nervenzellen und Fasern neuroprotektiv. Beispiele für Erkrankungen, bei denen Cannabinoide eingesetzt werden Chronische Schmerzzustände, schwere Depressionen und Burnout, Angststörungen, Multiple Sklerose, Gegenübelkeit bei Chemotherapien, Epilepsie und Arthritis. Warum ist der Einsatz von Cannabis-Medizin so umstritten? Was wir bisher über die medizinische Wirkung von CBD und THC gehört haben, klingt durchwegs positiv. Jetzt stellt sich die Frage, wenn dem so ist, warum wird es so zögerlich verschrieben und unterliegt strengsten Reglements? Und wenn es schon so kompliziert ist, dass man die Medikation verschrieben bekommt, warum rauchen wir nicht einfach Cannabis, auch Gras oder Marihuana genannt? Hinterfragen wir einmal das Grasrauchen. Eigentlich beantwortet sich die Frage bereits von selbst, denn, wie wir wissen, ist Rauchen äußerst ungesund. Um an die Wirkstoffe der Pflanze zu gelangen, muss ein Verbrennungsprozess entstehen und dessen Rückstände sind für unsere Atemwege schädlich. Unabhängig davon fällt der Konsum von Cannabis unter das Suchtmittelgesetz und ist somit illegal. Beim Grasrauchen steht auch meistens die psychotrope Wirkung, das Hai-Gefühl im Vordergrund. Bei Cannabis-Medikamenten tritt dieser Effekt gar nicht oder nur sehr schwach auf. Außerdem machen sie auch nach jahrelanger Anwendung nicht abhängig oder haben eine toxische Wirkung auf den Organismus. Ein weiterer Punkt ist die Erbringung von wissenschaftlichen Beweisen über die Wirksamkeit von Cannabinoiden. Unbestritten haben Cannabinoide einen schmerzlindernden Effekt. Dies wurde auch in Studien mit Tumorpatienten belegt. Allerdings handelte es sich bei dem in den Studien verabreichten Cannabis um pharmazeutisch hergestellte Medikation. Somit gibt es keinen wissenschaftlich belegten Nachweis, der besagt, dass natürliches Cannabis bzw. Marihuana den synthetisch hergestellten Wirkstoffen überlegen ist. Für das Einnehmen von Cannabis-Medikationen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Als Tropfen einzunehmen, als Spray in die Mundhöhle, in Kapselform, verdampft und inhaliert. Im Vergleich zu vielen anderen Medikamenten schädigen Cannabis-Medikamente unsere inneren Organe auch bei Langzeiteinnahmen nicht, so der derzeitige Stand der Wissenschaft. Richtig dosiert kann Cannabis-Medikation vom Kleinkind bis zum betagten Menschen verabreicht werden. Cannabinoide wirken nicht bei jedem Menschen gleich. Am Anfang der Behandlung muss erst die individuelle Dosis ermittelt werden. Währenddessen können unbedenkliche Nebenwirkungen auftreten, wie Mundtrockenheit, niedriger Blutdruck oder Heißhunger, Schwindelgefühle und Müdigkeit. In den ersten Wochen der Anwendung sollte man auch vom Autolenken Abstand nehmen. Dennoch gibt es einige Personengruppen, bei denen Cannabis-Medikation nicht oder nur nach genauer Absprache angewendet werden sollte, siehe auch Kapitel, Nebenwirkungen und Kontraindikationen. Dazu gehören schwangere und stillende Frauen, Patienten mit Herzerkrankungen, Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen, Psychosen oder Schizophrenie. Was ist CBD? In unserem Buch wollen wir euch vor allem einen intensiven Einblick rund um das Thema CBD, dem Cannabidiol, geben. Wir wissen inzwischen, dass die Hanfpflanze 489 Bestandteile hat. Konkret stammt CBD aus dem weiblichen Hanf, der Sorten Cannabis Sativa oder Cannabis Indica. Es ist ein nicht-psychoaktives Bestandteil, das berauschende Element im Cannabis ist nämlich das THC, das Tetrahydrocannabinol. 1940 wurde es erstmals in den USA entdeckt und extrahiert. Auf sein medizinisches Potenzial hin wurde es erst 1963 untersucht. Als Großvater der medizinischen Cannabis-Forschung kann sich zu Recht Raphael Mekulam bezeichnen. Der israelische Biochemiker isolierte sowohl CBD als auch THC und entdeckte die Rezeptoren im Gehirn, an denen Cannabis andockt. Diese Rezeptoren, auch Endokannabinoid-System genannt, sind an vielen physiologischen Prozessen beteiligt und notwendig für die Wirkung von Cannabis im Körper. Für einen besseren Überblick schauen wir uns das CBD jetzt aus verschiedenen naturwissenschaftlichen Richtungen an und wir bemühen uns, das Ganze ein wenig unterhaltsamer zu gestalten, als ein Lehrbuch es tun würde. Das CBD in der Chemie Also gut, C21H30O2 kann man nicht spannender formulieren. So lautet nun einmal die Summenformel für das hauptsächlich als Säure in der Hanfpflanze vorkommende Cannabidiol. Nun gilt es, diese Säure von den restlichen Stoffen der Hanfpflanze zu trennen. Dies geschieht häufig durch die Extraktion mit hochprozentigem Alkohol und einer im Anschluss folgenden Destillation zur Erhöhung des CBD-Gehaltes. Auch durch die Verwendung von Butan oder gezielte industrielle Erhitzung lässt sich CBD gewinnen, sowie durch die Extraktion mit CO2, Kohlenstoffdioxid. Einige äußerst interessante Aspekte zum Thema CBD in der Chemie haben sich durch die Lektüre eines Interviews ergeben, das wir im Zuge der Recherchen für dieses E-Book entdeckt haben. Der Chemiker Peter Rausch hielt 2016 einen Vortrag auf der Cultiva, einem jährlich in Österreich stattfindenden Hanfkongress, und erklärte dabei seine jüngste Entwicklung, natürliche Cannabinoide wasserlöslich zu machen. Besser gelten Cannabinoide als fett- bzw. wasserlöslich, was bedeutet, dass nur etwa 20% der konsumierten Stoffe auch vom Körper aufgenommen werden. Der Rest landet entweder in der Toilette oder als Zersetzungsprodukt beim Rauchen in der Luft. CBD gilt als noch schwerer löslich als THC. Dabei könnte es in der Medizin von großem Nutzen sein, wenn es in wasserlöslicher Form zur intravenösen Verabreichung zur Verfügung stünde. Rausch denkt hier an die Möglichkeit der nervenschützenden Wirkung von CBD, welche eine Chance für Schlaganfallpatienten und Patienten mit traumatischer Hirnverletzung darstellen könnte. Dies sei zwar nicht sexy, aber zielführend, so der Chemiker, der über vier Cannabis-Patente verfügt und als Pionier der Hanfforschung gilt. Außerdem ist noch äußerst interessant, wie Peter Rausch begründet, dass CBD in der medizinischen Anwendung noch problematisch ist. Zum einen ist es die Vielfalt der medizinischen Wirkungen, die CBD in sich vereint, die Mediziner wohl ein wenig verwirren, zumal meistens ein Medikament gewünscht ist, das gegen ein spezielles Symptom wirksam ist und nicht noch zusätzlich das Immunsystem stimuliert, die Leber unterstützt und die Stimmung hebt. Die individuelle Dosis ist nicht leicht zu finden und es wirkt auch nicht bei jedem Patienten gleich. Am spannendsten ist bestimmt der Hinweis, dass CBD eine direkte Vorläufer-Substanz zum psychoaktiven THC ist. Je nachdem, was der Konsument vorher gegessen hat, wird das CBD durch die Magensäure in mehr oder weniger große Mengen THC umgewandelt. Einzig, welche Nahrungsmittel die Transformation begünstigen, verrät der Chemiker in diesem Artikel wohlweislich nicht. Das CBD in der Biologie Wie wir bereits gehört haben, ist CBD als Bestandteil im weiblichen Hanf zu finden. Während Konsumenten von THC eigene Drogenhanfsorten mit hohem THC-Gehalt züchten und sich damit in der Illegalität bewegen, findet sich CBD vor allem im Faserhanf, der auch zur Herstellung von Bekleidung verwendet wird. Hanf mit einem hohen CBD-Gehalt enthält auch eine große Menge an essentiellen Nährstoffen. Im Hanfprotein stecken beispielsweise essentielle Aminosäuren, welche wir brauchen, aber nicht selbst produzieren können. Ebenso wie Globulin und jede Menge Vitalstoffe und Spurenelemente. Auch wenn der Hanf einen hohen CBD-Gehalt aufweist, zählt er nicht zu den Drogen und ist somit auch nicht illegal. Mit den speziellen Inhaltsstoffen des CBD-Öls beschäftigen wir uns in einem weiteren Kapitel. Das CBD in der Pharmakologie Erinnern wir uns noch einmal kurz an das von Raphael Mekulam entdeckte Endokannabinoid-System. Unser Nervensystem verfügt über die Cannabinoid-Rezeptoren CB1 und CB2, an denen Cannabis THC andockt. Über CBD wissen wir, dass es die Aktivität dieser Rezeptoren aus ungeklärter Ursache blockt. Außerdem bildet es den Antagonisten zum G-Protein gekoppelter Rezeptoren GPR55, der inzwischen als CB3 benannt wurde. Das Endokannabinoid-System vertieft. Über diesen Rezeptor gibt es einige neue Erkenntnisse, weshalb wir uns jetzt mit dem Endokannabinoid-System noch ein wenig genauer auseinandersetzen. Aber keine Sorge, es bleibt im Rahmen und Laien verständlich. Wir starten am besten damit, dass wir uns bewusst werden, wofür wir dieses System in unserem Körper benötigen. Es nimmt Einfluss auf die verschiedensten Abläufe im Körper und spielt daher eine Rolle bei der Regulierung unserer Körpertemperatur, unserem Appetit und dem Schlafbedürfnis, unserem Schmerzempfinden, unserer Stimmung, der Leistung unseres Immunsystems. Wir verwenden unser körpereigenes Endokannabinoid-System nicht nur um die Wirkung von zugeführtem Cannabis zu nutzen, sondern auch die vielfältigen Eigenschaften der körpereigenen Cannabinoide. Dazu gehört zum Beispiel Anandamid, welches unsere Körper mit Hilfe von Linolsäure bildet. Es kommt vor allem im zentralen Nervensystem vor. Für das CBD ist besonders der CB1-Rezeptor von Bedeutung. Wird Cannabis konsumiert, konkurrieren CBD und THC um die Bindung an diesen Rezeptor. Da THC für das High-Gefühl zuständig ist, CBD aber nicht psychoaktiv wirkt, schwächt dieses den rauschartigen Effekt ab. CB1-Rezeptoren finden sich im zentralen Nervensystem. Deshalb beeinflusst die Wirkung von Cannabis auch Schmerzempfinden, Emotionen und Appetit. Jedoch auch Motorik und Erinnerungen werden hier gesteuert. Die CB2-Rezeptoren sitzen in Organen, die unser Immunsystem steuern, in Mastzellen und Lymphozyten. Cannabis beeinflusst zwar das Immunsystem, jedoch nicht in der Form, dass CBD mit dem CB2-Rezeptor reagiert. Neueren Forschungsergebnissen zufolge bringt Cannabis unseren Körper dazu, mehr die Vorzüge der eigenen Endokannabinoide zu nutzen. 1999 entdeckte man schließlich einen dritten Rezeptor im Gehirn und im peripheren Nervensystem, GPR55 oder CB3. Dieser Rezeptor scheint kompatibel mit vielen Cannabinoiden. Interessant ist jedoch, was mit CBD passiert. Es erfolgt kein Andocken an dem Rezeptor, sondern vielmehr eine Blockade desselben. Doch wer glaubt, der Vorgang ist damit nutzlos, der irrt gewaltig. Die Signalübertragung vom Rezeptor GPR55 wird im Zusammenhang mit der Entstehung bzw. dem Wachstum von Tumoren gesehen. Und wenn CBD diesen Rezeptor blockiert, keine Signale mehr weitergeleitet werden, hat dies zur Folge, genau, der Tumor wird am Wachstum gehindert. Übrigens gilt die positive Wirkung dieser Blockade nicht nur für Krebs, sondern es wurden auch bei manchen Formen der Epilepsie eine Verbesserung der Anfallssituation festgestellt. Auch Patienten mit Reizdarmsyndrom stellten eine Verbesserung ihres Zustandsbildes fest. Die Forschungen rund um CB3 sind noch voll im Gange. Viele Wechselwirkungen und Interaktionen kennen wir noch nicht. Der Anfang klingt jedoch äußerst vielversprechend und wir beobachten gespannt, was sich auf dem Gebiet weiter tun wird und zu mehr Lebensqualität für viele Betroffene führen könnte. Arzneistoffe aus CBD und THC Dronabinol wird meistens in Form einer ölhaltigen Lösung verabreicht und wird vor allem in den USA bei Übelkeit und Mangelernährung, bei Aids oder Chemotherapien eingesetzt. In Europa wird es hauptsächlich als Schmerzmittel und gegen Spastiken verschrieben. Dronabinol wird mittels speziellem Verfahren aus dem Extrakt der Cannabis-Sativa-Pflanze gewonnen. Ein weiterer Cannabis-Arzneistoff ist Nabiximols, der unter dem Handelsnamen Sativex verschrieben wird. Dieses Mundspray wird fast ausschließlich zur Behandlung von schweren Spastiken, krampfhaft, schmerzhafte Muskelspannung an Patienten verschrieben, welche an multipler Sklerose leiden. Die Wirkung auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen wird noch untersucht, ebenso auf affektive Störungen. Beide Arzneimittel unterliegen dem Suchtmittelgesetz. Der verschreibende Arzt benötigt für das Rezept eine Suchtmittelplakette. Wie wir inzwischen wissen, funktioniert es leider nicht so, dass wir die Hanfpflanze einmal schütteln und herausfallen THC und CBD. Es gibt verschiedene Extraktionsverfahren, um diese Stoffe aus der Pflanze herauszulösen. Eines der ersten Cannabinoide, welches die wachsende Pflanze bildet, ist das Cannabigerol, CBG. Wenn die Pflanze weiter reift, wandeln Enzyme das CBG in verschiedene andere Cannabinoidsäuren um, unter anderem das CBD-A, das THC-A und das CBC-A. Diese Stoffe sind von selbst nicht aktiv und müssen erst durch einen bestimmten Vorgang aktiviert werden, zum Beispiel durch Dekarboxylieren, Erhitzen, Aushärten oder Trocknen. Das ist auch die Erklärung dafür, warum THC seine Psychotrope-Wirkung erst entfaltet, wenn es geraucht, verdampft, gebacken etc. wird, also vom THC-A in THC umgewandelt wurde. Stichwort Backen. Ja, auch mit CBD kann gekocht oder gebacken werden. Wie, das erfahrt ihr hier in weiterer Folge in unserem Buch. Da CBD nicht psychoaktiv wirkt, unterscheidet es sich vom CBD-A nur durch die bessere Wirksamkeit. Als nutzlos zu betrachten ist die Vorstufe CBD-A dennoch nicht. Leider gibt es noch zu wenig erhobene Forschungsdaten über das volle Potenzial von CBD-A. Gemeinsamkeiten von CBD-A und CBD Was wir über die Vorstufe CBD-A wissen, ist zum Beispiel, dass sie an denselben Rezeptoren andockt wie CBD. Deshalb kann sie ebenso Einfluss auf unser Schmerzempfinden nehmen und wirkt antipsychotisch. Auch eine antioxidative Wirkung ist bekannt, allerdings weit weniger ausgeprägt als beim CBD. Antientzündliche Wirkung Man nimmt an, dass auch CBD-A bereits antientzündlich wirkt. Allerdings weiß man auch, dass CBD diesbezüglich besser wirkt. Also wird dieser Stoff vorgezogen. Ebenso dokumentiert wurde allerdings die Tatsache, dass CBD-A besser gegen Entzündungen wirkt als THC. Jetzt wird es wieder trocken und wissenschaftlich. Bei Entzündungsprozessen produziert unser Körper ein Enzym namens COX2. Bei der Reduktion von Entzündungen ist es wichtig, dieses Enzym zu blockieren. Und tatsächlich stellt sich dabei die Cannabigerolsäure, CBD-A, geschickter an als das THC. Übelkeit und Erbrechen Sehr vielversprechend klingt auch, was im Tiermodell in einer Studie aus dem Jahr 2013 herausgefunden wurde. Die Studie wurde im British Journal of Pharmacology veröffentlicht. Der Link dazu findet sich auch im Anhang. Jedenfalls zeigt der CBD-A ein erstaunliches Potenzial, was die Hemmung von Erbrechen bei Spitzmäusen und Übelkeit bei Ratten betrifft. Die Vorstufe, CBD-A, schnitt bei diesen Versuchen besser ab als das CBD. Die Autorin zerbrach sich an dieser Stelle eingehend den Kopf darüber, wie Ratten mitteilen, dass ihre Übelkeit gelindert wurde, bekam jedoch keine zufriedenstellenden Antworten darauf. CBD-A ist keine Eintagsfliege. Die angeführten Qualitäten machen deutlich, dass auch zur Vorstufe CBD-A dringend mehr geforscht und experimentiert werden sollte. Auch sollte man sich nicht nur darauf versteifen, CBD und CBD-A zu vergleichen, denn CBD-A könnte durchaus noch mit anderen von CBD-unabhängigen Wirkungsweisen aufwarten. Let's talk about CBG. Nachdem wir uns jetzt ausführlich mit der CBD-Vorstufe, der Säure-CBDA beschäftigt haben, kommen wir noch einmal zurück zum Ausgangsstoff CBG oder Cannabigerol. Wir hoffen, dass wir euch mit den ganzen ähnlich klingenden Kurzbezeichnungen noch nicht verwirrt haben. Das Cannabigerol ist jedenfalls jenes Phytokannabinoid, aus welchem durch verschiedene Enzyme unter anderem die sauren Vorstufen CBD-A und THCA entstehen. Da es auch zu CBG einige vielversprechende Forschungsergebnisse gibt, lohnt es sich auch darauf kurz einzugehen. Großes Potenzial bei Krebserkrankungen Eine italienische Studie aus dem Jahr 2014 befasste sich mit dem Einfluss von CBG auf das Wachstum von Zellen bei an Dickdarmkrebs erkrankten Mäusen. Tatsächlich wirkt CBG als Gegenspieler. Die Medizin nennt es Antagonist für ein spezifisches Gen namens TRPM8. Darüber hinaus vermag es andere Gene, unter anderem TRPA1, TRPV1 und TRPV2 zu aktivieren. Das hatte zur Folge, dass der Tumor in seinem Wachstum gebremst wurde. Bereits 1996 befasste sich eine Studie mit dem Einfluss von CBG auf Melanome, allerdings wieder nur im Mausmodell. Auch hier zeigte CBG eindeutig Tumorwachstum hemmende Eigenschaften. Und schließlich erschien 2011 im British Journal of Pharmacology ein Artikel, in dem mehrere Referenzen zitiert wurden, wo es um die Wachstumshemmung von Tumoren unter der Gabe von CBG ging. Besprochen wurden dabei vor allem Brust- und Prostatakrebs. CBG und Multiple Sklerose Das Thema Cannabis und MS ist so populär, dass wir es in einem späteren Kapitel noch einmal aufgreifen werden. Multiple Sklerose ist auch eine der wenigen Krankheiten, bei denen zwei Cannabis-Medikamente zugelassen sind, und zwar die THC-Tropfen Dronabinol und das Nabeximols-Mundspray, Mischung aus CBD und THC Sativix. Bei Schmerzen und Muskelspastiken haben sich die beiden Medikamente hinreichend bewährt. Spanische Forscher fanden allerdings 2015 heraus, dass Cannabigerol Nervenzellen und Nervenfasern vor dem Absterben bewahrt. Wieder einmal wurde an Mäusen getestet. Dieses Mal litten die Tiere an der fortschreitenden Nervenzellen zerstörenden Erkrankung in Korea Huntington. Der Krankheitsverlauf wurde durch CBG positiv beeinflusst, die Motorik verbesserte sich. Auch bei MS-Patienten spielt die nervenschützende Funktion eine wichtige Rolle, vor allem in Kombination mit den anti-entzündlichen Eigenschaften von CBG. Somit könnten weitere Forschungen auf diesem Gebiet für betroffene Patienten eine große Hoffnung für die bis dato unheilbaren Nervenleiden darstellen. CBG bei Augenleiden Was sich anfangs ebenfalls im Tiermodell abgezeichnet hat, diesmal waren es ausnahmsweise Katzen, war die Tatsache, dass das CBG den Augeninnendruck senkt. Inzwischen wird es auch bei menschlichen Patienten diesbezüglich angewendet, allerdings ist man noch weit davon entfernt, dass es als zugelassene Therapieform gilt. Woher bekommt man CBG? Nachdem Cannabis hauptsächlich dazu angebaut wird, um THC oder CBD zu ernten, ist es tatsächlich gar nicht so leicht, an CBG zu gelangen. Wenn die Pflanzen geerntet werden, ist die Blütephase bereits weit fortgeschritten und die Pflanze enthält nur mehr rund 1% von CBG. Um einen höheren Gehalt zu erhalten, müsste man die Pflanze nach rund 3 Viertel der Blütezeit ernten, was in etwa der 6. Woche entspricht. Wir stellen euch in weiterer Folge noch Bezugsmöglichkeiten für die vielfältigen CBD-Produkte vor. Wenn ihr euch für den Bezug von CBG interessiert, werdet ihr dort sicher fündig. CBG wird hauptsächlich als Öl angeboten, es gibt aber auch die Darreichungsform als Tee oder als E-Liquid. Cannabisöl und CBD-Öl – der feine Unterschied Aufmerksame Leser werden sich an dieser Stelle wundern. Cannabis und CBD-Öl entstehen doch beide aus Hanf. Ist das nicht einfach dasselbe? Es ist absolut richtig, dass beide Öle aus Hanf gewonnen werden und beide verschiedene Cannabinoide enthalten. Jetzt streifen wir erstmals kurz das Thema CBD und Legalität. Denn genau hier liegt der kleine Unterschied. CBD-Öl ist dann legal und frei verkäuflich erhältlich, wenn sein THC-Gehalt unter 0,2% liegt. THC ist psychoaktiv wirksam und unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz. Wenn du also ein Produkt als Cannabisöl, THC-Öl oder Haschischöl angeboten bekommst, kannst du davon ausgehen, dass der THC-Gehalt höher als die erlaubten 0,2% ist. Als Hanföl darf es übrigens nicht bezeichnet werden, denn so wird das Öl aus den Hanfsamen, Hanfnüsschen genannt. In Hanföl findet sich praktisch kein THC oder CBD, dafür jede Menge an ungesättigten Fettsäuren. Bei der Produktion von CBD-Öl wird oftmals Hanföl hinzugegeben. Beachte jedoch, dass zum Beispiel in den USA praktisch alles als Hemp-Öl bezeichnet wird, was jemals ansatzweise mit einer Hanfpflanze zu tun hatte. Wozu ist das Cannabisöl zu gebrauchen? Reden wir einmal Tacheles. Beim Cannabisöl kann ein THC-Gehalt von 50 bis 80% enthalten sein. Deshalb ist doch die einzige Möglichkeit, es legal zu erwerben, die Verschreibung durch einen Arzt. Dieser Einsatz muss allerdings gut medizinisch begründbar sein, beispielsweise starke Schmerzen oder schwer therapierbare Muskelspastiken. Die bereits erwähnten Dronabinoltropfen bei der Behandlung von Multiple Sklerose fallen zum Beispiel in dieses Spektrum. In den Medien landete 2003 der Kanadier Rick Simpson, der mit Cannabisöl seinen Hautkrebs und die Schuppenflechte seiner Mutter heilte. Die inzwischen getätigten Forschungen bestätigen allerdings die Erfahrungen des Mannes. Vom Cannabisöl darf man sich ähnliche Wirkungen wie vom CBD-Öl erwarten, allerdings in gesteigerter Form. Vor allem bei Asthma, Rheuma und Allergien weiß man, dass das CBD-Öl deutlich wirksamer wäre, wenn es einen höheren THC-Gehalt aufweisen würde. Leider sind Patienten trotz nachweislich hohem Leidensdruck oftmals großen Schwierigkeiten ausgesetzt, bis sie Cannabis vom Arzt verschrieben bekommen. Zum einen kennen sich Ärzte mit Cannabis-Medikation oftmals zu wenig gut aus, zum anderen scheitert es oftmals an der Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Cannabis-Medikamente sind aufgrund des Herstellungsverfahrens teuer und Krankenkassen suchen leider oftmals nach Formfehlern, um Anträge auf Kostenübernahme abzulehnen oder zu erschweren. Ein Medikament selbst zu finanzieren, von dem eine Monatspackung mit bis zu 500 Euro zu Buche schlägt, ist vielen Patienten schlichtweg nicht möglich. Dass dies manchen bedürftigen Patienten dazu bringt, eine Bezugsquelle abseits der Legalität zu suchen, dürfte somit nachvollziehbar sein. Die Hanfpflanzensorten für die CBD-Ölherstellung in Deutschland stammen aus kontrolliertem Anbau. In Europa sind rund 80 Nutzhanfsorten zugelassen. Nur geprüfte Landwirte dürfen diese mit zertifiziertem Saatgut anbauen. Dieses wird jährlich vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung überprüft. Maßgeblich für die Zulassung ist, dass der THC-Gehalt des Saatgutes nachweislich unter der 0,2-Prozent-Grenze liegt. Auch die Einfuhr von Cannabis-Produkten wird nach diesen Gesichtspunkten geprüft. Für Getränke und Lebensmittel gibt es wieder eigene Richtlinien. Da die Gesetzeslage zu Cannabis je nach Land unterschiedlich ist, in den USA ist es zum Beispiel in vielen Bundesstaaten bereits legal, können im Ausland erworbene THC-Produkte auch einen höheren THC-Anteil aufweisen. Flying High – Nebenwirkungen von Cannabis-Produkten Genau dieses High-Gefühl, welches nur beim Konsum von THC auftritt, ist Schuld daran, dass alles rund um Cannabis und Cannabis-Produkte von unwissenden Personen automatisch als Droge stigmatisiert wird. Bei THC-haltiger Medikation und Cannabisöl, dessen Gehalt über der 0,2-Prozent-Grenze liegt, tritt ein verändertes körperliches Erleben, was man als Rauschzustand bezeichnet, auf. Hierbei handelt es sich meistens um eine Erhöhung von Sensibilität und Empfindlichkeit. Allerdings wird diese Erscheinung von den meisten Konsumenten nicht als unangenehm oder einschränkend wahrgenommen, im Gegensatz zu Nebenwirkungserscheinungen von Kortison oder Psychopharmaka. Der Unterschied zwischen CBD und THC Ja, wir haben es bereits mehrmals angesprochen, aber es schadet manchmal nicht, es mehrmals zu tun, vor allem, wenn etwas mit ungerechtfertigten Vorurteilen behaftet ist, wie es hier leider manchmal der Fall ist. Selbstverständlich erfahrt ihr jetzt alle bahnbrechende Neuigkeiten, wenn wir euch sagen, dass THC psychoaktiv wirkt. Schließlich kennt man das maximal vom Hörensagen Ironie aus. Aber wir wollen ja ernsthaft mit Fakten aufwarten, die noch nicht jeder kennt, also vertiefen wir jetzt ein wenig das Thema THC. Hierbei handelt es sich wohl um den am besten erforschten Stoff der Cannabis-Pflanze. Jedoch diente die Forschung größtenteils nicht dazu, herauszufinden, wie uns dieser Stoff nützlich sein kann, sondern zur Strafverfolgung. THC dockt in unserem Gehirn an denselben Rezeptoren an wie Morphin oder Heroin. Stichwort Endokannabinoid-System. Die Wirkung ist das völlige Gegenteil zur Destruktivität anderer Drogen. Es wird nämlich das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Nicht immer ist ein Cannabis-Rausch jedoch ein Trip ins Glück. Angst und Paranoia sind als Nebenwirkungen bekannt. Das Interessante ist, CBD, welches nicht psychoaktiv wirkt, hat antipsychotische Wirkung und kann als Gegenspieler von THC die Rauschwirkung reduzieren. THC wird oftmals wegen seiner entspannenden, schlaffördernden Eigenschaft konsumiert. Auch Euphorie und Appetitsteigerung sind typische psychoaktive Wirkungen von THC. Ganz anders wirkt das CBD. Es entspannt zwar den Körper, fördert aber nicht den Schlaf. Das medizinische Potenzial von CBD wird aber ein Vielfaches höher eingeschätzt. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der beiden Cannabinoide ist der Status der Legalität. Alles, was einen höheren THC-Gehalt als 0,2% aufweist, ist nämlich verschreibungs- und apothekenpflichtig, ansonsten illegal. Die freiverkäuflichen CBD-Produkte dürfen legal besessen und erworben werden. Welche CBD-Produkte gibt es? Nachdem wir euch schon recht ausführlich über das CBD und seine positiven Wirkungen berichtet haben, wird es langsam interessant, in welcher Form man das Cannabinoid zu sich nehmen kann. Deshalb haben wir hier eine Übersicht über die derzeit am Markt befindlichen CBD-Produkte zusammengetragen. CBD-Öl Am bekanntesten ist das CBD-Öl, welches in verschiedenen Konzentrationen und Darreichungsmöglichkeiten angeboten wird. CBD findet sich vor allem im industriellen Faserhanf-Cannabis-Sativa. Weitere bekannte Sorten, die reich an CBD sind, dafür aber praktisch kein THC enthalten, sind folgende. Candida, Sweet Pure CBD, CBD-Fix-Auto, die nehmt CBD. Wenn Hanföl als Trägeröl verwendet wurde, schmeckt das CBD-Öl intensiv nach Gras oder Heu. Sollte dir dieser Geschmack widerstreben, kannst du auch auf die Kapselform ausweichen, beziehungsweise ein CBD-Öl in einer anderen Geschmacksrichtung wählen. Das CBD-Öl wird in Ölmühlen aus den Samen der Hanfsorten gepresst. Damit die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten werden, geschieht dies bei einer Temperatur von 40 bis maximal 60 Grad Celsius. Zu dem CBD-Öl werden noch CBD-Extrakte hinzugegeben, welche aus der Destillation gewonnen werden. CBD-Kristalle Cannabidiol in seiner Reihenform hat die Form eines Kristalls. Da die Konzentration von CBD hier sehr hoch ist, 98 bis 99 Prozent, sollten Einsteiger in die Behandlung mit CBD zuerst mit dem Öl beginnen und sich langsam und schrittweise steigern. Die Einnahme von CBD in solchen hohen Konzentrationen solltest du außerdem mit deinem Arzt besprechen. CBD-Kristalle sehen aus wie Puderzucker. Dementsprechend benötigst du eine fein justierte Waage, um richtig dosieren zu können. Wie kann ich CBD-Kristalle anwenden? Für die Verwendung von CBD in Kristallform gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst sie in einem Vaporizer verdampfen, in Öl auflösen oder unter die Zunge träufeln. Sie lassen sich mit Tabak mischen oder in Getränke oder Nahrungsmittel mischen. Bei letzterem solltest du aber darauf achten, die Kristalle mit etwas Fetthaltigem zu mischen, damit das CBD vom Körper besser aufgenommen wird. Wenn du die Kristalle in Öl auflösen willst, eignen sich besonders Kokosöl, Hanf oder Olivenöl dafür. Beim Vapen tritt die Wirkung besonders rasch ein, dauert in etwa eine Minute, hält dafür aber auch nur rund eine Stunde lang an. Die CBD-Kristalle sind geschmacks- und geruchsneutral und können problemlos pur aufgenommen werden, unter die Zunge geben. Die Dosierung von CBD-Kristallen Wie bereits erwähnt, sind CBD-Kristalle aufgrund des hohen CBD-Gehalts nicht für Einsteiger gedacht. Je nach Intensität der Beschwerden liegt die Dosis bei 2 bis 25 mg. Eine weitere Möglichkeit für die Verwendung von CBD-Kristallen ist, die Wirkung von gekauftem, fertigen CBD-Öl durch Hinzumischen zu steigern. Wirkungen und Nebenwirkungen von CBD-Kristallen Die Kristalle werden für dieselben Beschwerdenbilder eingesetzt wie das CBD-Öl, siehe eigenes Kapitel. Allerdings sollte die hohe Dosis der Kristalle starken Beschwerden vorbehalten werden, wie heftige Schmerzzustände, aber auch die Begleitsymptome von neuralgischen Erkrankungen wie Parkinson oder Multiple Sklerose bzw. Tumorerkrankungen. Als Nebenwirkungen können vor allem zu Beginn der Anwendung ein trockener Mund, Müdigkeit und Benommenheit auftreten. Bei Parkinson-Patienten kann sich anfangs das Zittern verstärken. Trotzdem lässt sich mit Sicherheit sagen, dass auch bei CBD-Kristallen kein Rauschzustand auftritt, weil auch hier der THC-Gehalt unter den 0,2% liegen muss, zumindest was Produkte aus Deutschland angeht. Wenn Du Produkte aus dem Ausland importierst, musst Du Dich diesbezüglich informieren. Und so können wir auch gleich noch eine häufige Frage beantworten. CBD-Kristalle sind ebenso legal wie andere CBD-Produkte, trotz der mehrmals erwähnten hohen Konzentration an CBD. Aber solange der THC-Gehalt unter 0,2% liegt, ist alles im legalen Bereich. CBD-Kapseln Das ist die optimale Lösung, um CBD auch unterwegs einfach und richtig dosiert einnehmen zu können. Außerdem ist die geschmacksneutrale Kapsel auch perfekt, wenn Du den Heugeschmack des CBD-Öls nicht magst. Auch die Kapseln sind in verschiedenen Konzentrationen von 5-50% CBD erhältlich. Aus Erfahrungsberichten weiß man, dass bei vielen Anwendern die Wirkung von CBD-Öl schneller eintritt, da es über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Bis der Wirkstoff von der Magenschleimhaut absorbiert wird, dauert es entsprechend länger. CBD-Liquid CBD-Liquids sind zum Verdampfen in E-Zigaretten oder Vaporizern gedacht. Vom Rauchen von CBD-Öl wird generell abgeraten, zumal Rauchen an und für sich schädlich ist, bahnbrechende Neuigkeiten, und Fett benötigt wird, damit CBD vom Körper aufgenommen und verwertet wird. Es wird auch nicht empfohlen, das CBD-Öl in den Vaporizer zu kippen, da das Dampfgerät dadurch verschmiert und vermutlich mit der Zeit unbrauchbar wird. Unabhängig davon ist das Dampfen oder Dabben damit der Gesundheit auf Dauer wahrscheinlich auch nicht zuträglich. Achtet auf die Herstellerangabe, ob das Liquid gebrauchsfertig ist oder ob es zum Beispiel mit Alkohol gemischt werden soll. Dann kann es einfach in den E-Zigaretten-Tank gefüllt werden, zum Dampfen. Die E-Liquids basieren auf Glycerin, welches ein Alkohol-Wassergemisch ist. Auch bei den Liquids solltet ihr darauf achten, sie von einem zertifizierten Händler aus der EU zu beziehen, wo gute Qualität durch Kontrollen und Vorschriften gesichert ist. Im Kapitel, wo kann ich CBD kaufen, stellen wir dir zertifizierte Bezugsquellen vor, wo du auch bedenkenlos CBD-Produkte bestellen kannst. Der Markt an CBD-Liquids ist noch in der Entstehung, es gibt aber bereits eine Vielzahl an Geschmäckern. Manche sind im Geschmack von Marihuana nachempfunden, es gibt aber auch die klassischen Fruchtsorten wie Erdbeere oder Melone. Genussvolles CBD-Dampfen Optimal geeignet ist ein Vaporizer mit einer Glaskörperkammer. Diese wird mit fein gemahlenem CBD gefüllt und mit heißer Luft erhitzt. Über 230 Grad Celsius sollte nicht erhitzt werden, denn dann inhaliert ihr Rauch und die positiven Wirkstoffe lösen sich in eben diesem auf. Bis 200 Grad Celsius wird Dampf inhaliert. Für CBD wird ein Temperaturbereich von 160 bis 180 Grad Celsius empfohlen. Achtet auch auf die Farbe des zerbröselten CBDs in der Kräuterkammer. Bei zu niedriger Temperatur ist die Farbe gelblich bis hellbraun. Ist die Temperatur zu hoch, ist das CBD dunkelbraun bis schwarz gefärbt. In vielen Erfahrungsberichten aus dem Internet wird berichtet, dass das Dampfen von CBD entspannend wirkt, man besser einschlafen konnte bzw. stressresistenter wurde. Dafür bleibt der von THC bekannte Rausch aus. Die Gefahr von Angstzuständen ist praktisch nicht vorhanden und auch sonst wurden keine negativen Erfahrungen berichtet. Zudem sollen Schmerzzustände erträglicher gemacht worden sein. Ist CBD-Rauchen legal? Und immer wieder landen wir bei der 0,2%-Grenze von THC, die für die Legalität nicht überschritten werden darf. Ihr solltet euch beim Rauchen bzw. Dampfen von CBD jedoch bewusst sein, dass Aussehen und Geruch total den herkömmlichen Joints ähneln. Wenn ihr CBD in der Öffentlichkeit konsumiert, können die Reaktionen dementsprechend ausfallen, obwohl dieser Konsum legal ist. Es kann auch bei einer polizeilichen Kontrolle passieren, dass euch das CBD abgenommen wird, damit es laborchemisch untersucht wird. Ist jedoch die THC-Grenze nicht überschritten, seid ihr rechtlich auf der sicheren Seite. CBD-Tee Der Tee ist vor allem geeignet, wenn ihr auf der Suche nach einer natürlichen Einschlafhilfe seid. Der CBD-Tee wird aus Hanfpflanzen gewonnen, deren CBD-Konzentration bei mindestens 1,5% liegt. Oftmals wird die Gattung Sativa Non Indica dafür verwendet, psychoaktiv wirksam ist er trotzdem nicht. Das erwähnen wir einfach von Zeit zu Zeit einmal wieder und somit auch legal. Damit er angenehmer schmeckt, kann der Tee auch mit anderen Kräutern gemischt werden. Und jetzt verraten wir euch noch das Geheimnis der formvollendeten Hanftee-Zubereitung. Die Wassertemperatur zum Überbrühen sollte 60 bis 80 Grad Celsius betragen. Je heißer das Wasser ist, umso bitterer schmeckt der Tee. Die Blätter sollten nicht in ein Tee-Ei gepfercht werden, sondern locker in einen Teefilter gegeben werden. Der Tee sollte 3 bis 5 Minuten ziehen. Auch hier gilt, je länger er zieht, desto herber wird der Geschmack. Zucker ist kein Muss. Noch besser passen Honig- oder Agavendicksaft. Und jetzt wichtig, auch wenn ihr normalerweise keine Milch im Tee nehmt, bei grünen Teesorten ist das auch eigentlich gar nicht üblich, bei CBD-Tee ist es ein Muss, damit das CBD vom Körper aufgenommen wird. CBD bindet sich nicht an Wasser, an Milchfett hingegen schon. Und noch etwas, CBD-Tee ist nicht als Rauchware gedacht. CBD in der Kosmetik Es mag im ersten Moment vielleicht sogar ein wenig abschreckend klingen, wenn ein Mittel für fast alle Leiden hilfreich sein soll. Trotzdem gibt es aber einige gute Gründe, warum CBD eurer Haut nützlich sein kann. Solltet ihr nämlich unter einer Problemhaut leiden, welche oft gerötet und gereizt ist, zu Juckreiz, Spannungsgefühl und Schuppen neigt, kann sich CBD entzündungshemmend und beruhigend in der Hautpflege bemerkbar machen. Auch für Hautkrankheiten und Hautschäden, welche diese hinterlassen, sind Pflegecremes bzw. Salben mit CBD geeignet. Neurodermitis, Eczeme, Schuppenflechte, starke Akne und Rosacea. Die schmerzlindernde Wirkung von CBD kann sich sogar positiv beim Eincremen von Sonnenbrand bemerkbar machen. CBD gegen vorzeitige Hautalterung Es gibt allerdings noch einen Grund, warum es in Gesichtscremes, Bodylotions, Handcremes und sogar Shampoos enthalten ist und der lautet Anti-Aging. Ein Trendstichwort, das immer wieder Verwendung findet, wenn ein neues Superfood etc. am Marketinghimmel auftaucht. Bei CBD könnte das Stichwort Anti-Aging jedoch sogar gerechtfertigt sein aufgrund der antioxidativen Eigenschaften. Machen wir einen kurzen Ausflug in die Welt der Beauty-Industrie. Was ist der Hauptgrund für schnelle Hautalterung? Ad hoc fallen uns da sicher Rauchen, Alkohol, wenig Schlaf, Stress, UV-Strahlung etc. ein. Das ist richtig. Und alle diese Faktoren haben einen gemeinsamen Nenner. Sie sorgen für die Bildung freier Radikale. Was wie eine Punkband klingt, sind aggressive Sauerstoffverbindungen, die Zellen zerstören und auch verschiedene Abläufe in unserem Körper negativ beeinflussen. Man sagt ihnen sogar einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung verschiedenster Krebserkrankungen nach. Treten diese freien Radikale vermehrt auf, leiden wir an oxidativen Stress. Die Lösung? Ein Radikalfänger, auch Antioxidans genannt. In diesem Fall übernimmt CBD diese Rolle. Es fängt freie Radikale und bindet sie, sodass sie keinen Schaden anrichten können. Das bei der Bekämpfung der Radikale aufgebraucht und muss dem Körper wieder neu zugeführt werden, um wieder wirken zu können. Zudem scheint das Endokannabinoid-System, unsere Rezeptoren, an denen Cannabinoide andocken, in Verbindung mit den Talgdrüsen zu stehen. Wenn unser Körper zu wenig davon produziert, produzieren auch unsere Talgdrüsen zu wenig Öl, was unsere Haut trocken und fahl erscheinen lässt. Wird CBD zugeführt, wird der Mangel an Endokannabinoiden behoben, was durchaus zu einer Verbesserung des Hautbildes führen kann. Natürlich brauchen CBD-Kosmetiker noch weitere Inhalts- und Trägerstoffe, die möglichst biologischen Ursprungs sein sollten. Was CBD-Kosmetik nicht braucht? Silikone und Parabene, Tierversuche, künstliche Duftstoffe und Konservierungsmittel. Gerne werden in CBD-Cremes Skibutter und Teebaumöl verwendet, welche sich in der Kosmetikindustrie längst einen Namen gemacht haben und das CBD optimal ergänzen. Das kosmetische CBD-Öl enthält Hanfsamenöl, welches mit seinen mehrfach ungesättigten Fettsäuren der Haut auf mehreren Ebenen Gutes tut. Es bindet das Wasser in den Zellen, schützt sie vor dem Austrocknen und kann die Haut bei der Bildung von Lipiden unterstützen. Somit können nicht nur trockene Haut, Schuppen und Schrunden ausgeglichen werden, die enthaltene Gamma-Linolensäure hat sich außerdem bei der Behandlung von Neurodermitis bewährt. Einige Kombinationen pflanzlicher Wirkstoffe wurden bereits erfolgreich getestet und so finden sich in Hanfkosmetik auch Lavendel, Rosmarin, Münze oder Ringelblume wieder. Bei Akne hingegen können CBD-Cremes mit Zink, Dexpanthenol oder Bisabolol das Hautbild positiv beeinflussen. Da die Hautpflege von Neurodermitis und Schuppenflechte-Patienten besonders sanft sein sollte, bieten sich hier besondere Duschgels, Bodylotions und Shampoos mit CBD an. Lippenbalsam mit CBD bewährt sich besonders im Winter bei trockenen Lippen oder falls grundsätzlich spröde ausgetrocknete Lippenhaut besteht. CBD-Kosmetik kaufen In der Drogerie werdet ihr bezüglich CBD-Kosmetik wahrscheinlich noch nicht oder nur sehr wenig fündig werden. In diesem Fall muss zumindest momentan noch auf den Online-Handel zurückgegriffen werden. Im Kapitel »Wo kann ich CBD kaufen?« erhaltet ihr von uns empfohlene Bezugsquellen. Beim Kauf von CBD-Kosmetik solltet ihr grundsätzlich darauf achten, dass der CBD-Gehalt möglichst hoch ist, um eine höhere Wirksamkeit zu erreichen. Natürlich kann man auch hier Abstufungen machen, denn die Pflege trockener Haut benötigt weniger Wirkstoffgehalt als die Behandlung von Neurodermitis oder Schuppenflechte. Der Reinheitsgehalt des enthaltenen CBDs sollte über 99% liegen. Außerdem sollte die Creme, Lotion etc. möglichst frei von künstlichen Inhaltsstoffen sein. Die passende Dosis CBD-Öl finden Falls ihr schon mal ein Fläschchen CBD-Öl in der Hand hattet, ist euch bestimmt die Prozentangabe 5%, 10%, 20% etc. aufgefallen. Diese gibt nämlich das Gewicht des enthaltenen CBDs an. Wenn Cannabinol in seiner 100%igen Reihenform aus dem Hanföl gepresst wird, hat es eine kristalline Form und ist sehr teuer. Medizinisch wird auch damit bereits experimentiert bei neurologischen Erkrankungen wie Parkinson und Epilepsie. Welche Konzentration des CBD-Öls ist geeignet wofür? 5-15% Konzentration empfehlen sich bei leichten Beschwerden wie z.B. Kopfschmerzen, Unruhe, Einschlafschwierigkeiten. 15-25% Konzentration sind bei mittelschweren Beschwerden angeraten wie starke Kopfschmerzen, Angst und Panikzustände. Konzentrationen über 25% sind für starke Beschwerden gedacht und sollten mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. Das stärkste momentan erhältliche CBD-Öl hat eine Konzentration von 48%. In welcher Dosis wird CBD-Öl eingenommen? Grundsätzlich solltet ihr mit der geringstmöglichen Dosierung beginnen, damit sich euer Körper an das CBD gewöhnen kann. Solltet ihr nach drei Wochen keinen Effekt bemerken, könnt ihr auf eine höhere Dosierung zurückgreifen. Zu jedem CBD-Produkt, welches ihr kauft, gibt es eine Einnahmeempfehlung des Herstellers, an die ihr euch halten und nicht in Eigenregie Experimente starten solltet. Ihr werdet von CBD auch mit der 10-fachen Dosis nicht high. Für Kinder ist zum Starten die Gabe von 3%igem CBD-Öl ausreichend. Allerdings muss hier möglicherweise mit dem Geschmack getrickst werden, denn der Original-Heul-Geschmack findet meistens keinen großen Anklang. Für eine verbesserte Aufnahme über die Mundschleimhaut wird empfohlen, das CBD-Öl einige Zeit im Mund zu behalten und erst dann zu schlucken. Außerdem sollte eine Viertelstunde nach der Einnahme nichts gegessen oder getrunken werden. Die folgenden Dosierempfehlungen sind allgemeiner Natur und als Orientierungshilfe gedacht. Außerdem gelten die Angaben für ein Körpergewicht zwischen 60 und 90 Kilogramm und müssen entsprechend adaptiert werden. Leichte, unkomplizierte Beschwerden. Hier kann mit einem 5%igen CBD-Öl gestartet werden. Morgens und abends für eine Woche je 3 Tropfen einnehmen. In der zweiten Woche kann bei Bedarf auf 5 Tropfen gesteigert werden. Schwerere Symptome oder mehrere leiden. Für zwei Wochen morgens und abends je 3 Tropfen eines 5%igen CBD-Öls einnehmen. In der dritten Woche wird die Einnahme dreimal täglich empfohlen. Während einer Chemotherapie. Für Krebserkrankungen wird eigentlich ein CBD-Öl empfohlen, welches ein 1 zu 1 Verhältnis zu THC aufweist. Ein solches darf allerdings nicht frei verkauft werden. Mit reinem CBD-Öl kann allerdings die Übelkeit während der Chemotherapie gelindert werden. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass CBD das Wachstum von Krebszellen hemmt. Hier wird ein 10%iges CBD empfohlen und davon sollte eine Woche lang morgens und abends 4 Tropfen und in der zweiten Woche jeweils 5 Tropfen eingenommen werden. In der dritten Woche kann die Dosis noch einmal leicht gesteigert werden. Bei Schlafstörungen. Es empfiehlt sich die Einnahme eines 2%igen CBD-Öls morgens und abends 3 Tropfen. Bei Nervosität und Angstzuständen. Auch hier mit einem 2%igen CBD-Öl starten. Dreimal täglich 3 Tropfen einnehmen. Grundsätzlich sollte bedacht werden, dass die Wirksamkeit des CBD-Öls individuell empfunden wird und von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Dazu gehören die Heftigkeit der Symptome, die Einnahmehäufigkeit und die CBD-Konzentration des verwendeten Öls. Die Meinung von Uwe Grämer, frankenwaldhanf.de Das CBD-Öl mit 5% ist meiner Meinung nach völlig ausreichend. Lieber nimmt man mehr davon, denn somit nimmt man auch mehr der Gesamtinhaltsstoffe auf. Am Anfang gab es hauptsächlich 10%iges CBD-Öl auf dem Markt, ich bevorzuge aber eindeutig das 5%ige. Das CBD-Öl und seine Inhaltsstoffe. Es darf ruhig gesagt werden, dass einige der Inhaltsstoffe des CBD-Öls essentiell, also lebensnotwendig für unseren Körper sind. Natürlich gilt das nicht für alle rund 480 enthaltenen Stoffe, aber es ist doch bereits respektabel, dass überhaupt so eine Vielzahl enthalten ist, oder? In diesem Kapitel gehen wir den einzelnen Bestandteilen einmal genau auf den Grund. Keine Sorge, es ist uns nicht zu allen 480 Stoffen etwas eingefallen. Cannabinoide. Beginnen wir mit dem naheliegendsten, den Cannabinoiden. Und außerdem kennt ihr von den 5 wichtigsten bereits 3, zumindest wenn ihr das Buch von Anfang an gehört habt. CBC, Cannabichromen. Ihm wird antibiotische Wirkung nachgewiesen, und zwar sogar gegen solche Bakterien, die gegen herkömmliche Antibiotika immun sind. Außerdem unterstützt es THC dabei, Schmerzen zu lindern. CBD, Cannabidiol. CBD-A, Vorstufe zum CBD, bereits in einem eigenen Kapitel besprochen. CBG taucht ebenfalls im CBD-A-Kapitel auf, wirkt möglicherweise neuroprotektiv und könnte das Wachstum von Tumoren hemmen. CBN, Cannabinol. Besonders hierzu sind noch weitere Forschungen notwendig. Aus jetziger Sicht vermutet man antibakterielle und beruhigende Wirkung. Außerdem soll es leicht den Augeninnendruck senken. Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Ungesättigte Fettsäuren sind eine wichtige Bausubstanz für unseren Körper. Die Omega-3-Fettsäure, dreifach ungesättigt, sowie die Omega-6-Fettsäure, zweifach ungesättigt, sind deshalb für unseren Körper so wichtig, weil er sie nicht selbst produzieren kann. Ungesättigte Fettsäuren sind meistens pflanzlichen Ursprungs, während gesättigte Fettsäuren aus tierischer oder industrieller Herkunft stammen. Auch wenn der folgende Satz wie aus einer Werbebroschüre für Hanföl entsprungen klingt, so entspricht er dennoch den Tatsachen. Es ist derzeit keine andere Pflanze mit einem derart hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren bekannt als Hanf. Hanfsamen und Hanföl enthalten mehr als 80% davon und zwar auch noch in einem perfekten Verhältnis zueinander. Das ist wichtig, damit der Körper sie optimal verwenden kann. Für Hanfsamen heißt das Verhältnis 3 zu 1, Omega-3 zu Omega-6. Die ungesättigten Fette senken den Cholesterinspiegel und haben somit positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Außerdem sorgen sie dafür, dass die Zellmembranen flexibel bleiben und unterstützen die Zellteilung. Als Vorstufe sind sie für die Bildung von Hormonen wichtig und wirken entzündungshemmend. Für Letzteres ist ein ausgewogenes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 besonders wichtig, denn ein Überschuss an Omega-6-Fettsäuren fördert wiederum Entzündungsreaktionen. Außerdem soll eine ausgewogene Versorgung mit ungesättigten Fettsäuren davor schützen, an Prostata, Brust- oder Darmkrebs zu erkranken. Gamma-Linolensäure Die Gamma-Linolensäure ist eigentlich eine dreifach ungesättigte Omega-6-Fettsäure. Sie kann aus der zweifach ungesättigten Omega-6-Fettsäure von unserem Körper synthetisiert werden oder direkt über die Nahrung aufgenommen werden. Hanföl ist das einzige Speiseöl, welches natürlicherweise Gamma-Linolensäure enthält. Gamma-Linolensäure wirkt in unserem Körper entzündlichen Prozessen entgegen, senkt den Blutdruck und fördert Konzentration und das Gedächtnis. Vitamin E Hier kommen wieder die bereits bekannten freien Radikale ins Spiel. Vitamin E ist nämlich ein wichtiges Antioxidans, welches die Stressverursacher fängt und bindet. Außerdem stärkt es unser Immunsystem und hemmt Entzündungsprozesse, sodass es ein enorm wichtiges Vitamin für Patienten mit entzündlichen Erkrankungen, Rheuma oder Arthritis etc. ist. Vitamin B1 Das wasserlösliche Vitamin B1 ist wichtig für die Verwertung von Kohlenhydraten und unseren Aminosäurenstoffwechsel. Außerdem unterstützt es das Herzmuskel- und Nervengewebe bei Wachstum und Erhaltung. Das Vitamin B1 beeinflusst jedoch auch unser Nervensystem dahingegend, als dass es den Serotonin-Spiegel anheben kann und somit für ausgeglichene, zufriedene Stimmung sorgt. Vitamin B2 Das Coenzym Vitamin B2 wird benötigt, um die körpereigene Fettverbrennung in Schwung zu bringen. Es ist für das Wachstum und die Entwicklung von Zellen wichtig. Ein Mangel macht sich an unserer Haut bzw. Schleimhaut bemerkbar. Einrisse, Entzündungen. Chlorophyll Hier wird doch eine Erinnerung an den Biologieunterricht lebendig, oder? Grüner Pflanzenfarbstoff, Photosynthese? Absolut richtig. Aber auch unser Körper benötigt Chlorophyll. Es ist nämlich fast identisch aufgebaut wie unser roter Blutfarbstoff, das Hämoglobin. Deshalb kann es unseren Körper bei der Bildung neuer Blutzellen unterstützen. Außerdem fördert es die Wundheilung und regelmäßigen Stuhlgang. Chlorophyll kann sogar die Regeneration von Strahlenschäden fördern. Carotinoide Carotinoide sind sekundäre Pflanzenstoffe und ein gelblich-rötlicher Naturfarbstoff. Auf unseren Körper haben sie antioxidative Wirkung und sind somit wichtig für den Zellschutz. Mineralstoffe und Spurenelemente Eisen Sorgt für den Sauerstofftransport zu den Zellen Mangan Wichtig für Bindegewebe und Enzymvorgänge Kupfer Stärkt Immunsystem, bildet rote Blutkörperchen Zink Regeneriert die Haut, ist an vielen Stoffwechselfunktionen beteiligt Calcium Stärkt Zähne, Knochen und Knorpel Kalium Beeinflusst den Wasserhaushalt, verbessert die Nervenleitfähigkeit Natrium Beeinflusst die Kontraktionen der Muskeln Magnesium Wichtig für Immunsystem, Leber- und Elektrolythaushalt Phosphor Stärkung von Knochen und Zähnen unterstützt Zellaufbau Mit CBD kochen und backen Da es sich bei CBD um einen natürlichen Stoff aus der Hanfpflanze handelt, der nebenbei mit sehr vielen positiven Effekten aufwarten kann, spricht absolut nichts dagegen, ihn für die tägliche Ernährung mit zu integrieren. In diesem Kapitel geht es darum, was bei der Verwendung von CBD in der Küche zu beachten ist, inklusive Rezeptideen. Und eine Bitte an dieser Stelle, auch wenn CBD nicht psychoaktiv wirksam ist, solltet ihr trotzdem niemanden zum Verzehr Zwangsbeglücken. Es ist ein wirksames natürliches Heilmittel und Gäste, Mitbewohner etc. sollen darüber informiert sein, wenn CBD im Gebäck, Salat oder anderen Nahrungsmitteln enthalten ist. CBD in der Küche Das Basiswissen Wenn ihr CBD-Öl zum Kochen verwenden wollt, informiert euch über dessen Herstellungsverfahren, denn davon ist die Hitzebeständigkeit abhängig. Manche CBD-Öle sind zum Kochen und Braten nicht geeignet, sondern eignen sich zum Anrichten von Salaten etc. Aber auch hitzebeständiges CBD-Öl sollte weder beim Kochen noch beim Backen über 160 Grad Celsius erhitzt werden. Das Öl verdampft sonst und die positiven Eigenschaften deretwegen man es überhaupt einnimmt, gehen verloren. Ein weiterer wichtiger Faktor, auf den wir schon mehrmals hingewiesen haben, ist die Tatsache, dass CBD für die Aufnahme in unserem Körper Fett braucht. Das sollte auch beim Kochen und Backen bedacht werden und Butter oder Backfett braucht nicht zu sparsam bemessen werden. Ist ein geringer Fettgehalt vorgesehen, kann das CBD-Öl mit Alkohol verbunden werden, beispielsweise Rum, Wodka oder Kognak. CBD-Öl ist auch für die vegane Ernährung bestens geeignet. Im Anschluss findet ihr ein paar leckere Rezeptideen rund um CBD, die wir für euch gesucht und auch getestet haben. Kickstart in den Tag, grüner Smoothie. Ihr wollt CBD-Öl einnehmen, findet aber den Geschmack so überhaupt nicht prickelnd? Der grüne Smoothie ist eine Idee, wie ihr das Öl trotzdem in eure Morgenroutine einbauen könnt. Dazu braucht ihr folgendes. Eine halbe Salatgurke, zwei Stangen Staudensellerie, eine Handvoll Spinat, eine Banane, vier Stängel Minze und eure individuelle Dosis CBD-Öl. Die Zutaten gebt ihr nun in der Reihenfolge von fest nach weich in euren Standmixer und lasst diesen arbeiten, bis sich alles zu einer trinkbaren Einheit vermengt hat und dann hoch die Tassen. Trendgetränk Kurkuma-Latte mit CBD. Eine Tasse Hanf- oder Kokosnussmilch, ein Esslöffel Kurkuma, einen halben Teelöffel Zimt, eine Prise schwarzer Pfeffer, ein halber Esslöffel Honig, eine Messerspitze Ingwerpulver und die individuelle Dosis CBD-Öl. Alle Zutaten im Mixer vermengen und genießen. Let's Dip CBD-Guacamole. Als Brotaufstrich oder Taco-Dip, Guacamole ist vor allem im Sommer ein Renner. Und der Fettgehalt der Avocado ist perfekt für die Aufnahme des CBD-Öls. Was ihr benötigt? Eine reife Avocado, eine Tomate, eine halbe rote Zwiebel, zwei Esslöffel gehackter Koriander, zwei Stängel Petersilie, ein Teelöffel zerdrückter Knoblauch, eine Messerspitze Cayennepfeffer, Salz und Pfeffer beliebig, zwei Esslöffel Hanföl und die individuelle Dosis CBD-Öl. Die Avocado wird mit einer Gabel zerdrückt, die Tomate und die Zwiebel klein gewürfelt. Anschließend werden Kräuter, Gewürze und Öl untergemischt und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. CBD-Salatdressing. Mit einem leckeren und schnellen Salatdressing kann das CBD-Öl ebenfalls leicht in den Speisenplan der gesamten Familie integriert werden. Dazu braucht ihr zwei Esslöffel Apfelessig, einen halben Esslöffel Sojasauce, zwei Esslöffel Senf, zwei Esslöffel Honig, die individuelle Dosis CBD-Öl und Salz. Alle Zutaten in einer Schüssel verquirlen und unter den Salat mischen. Gebackener Blumenkohl mit CBD-Öl für vier Personen. Zwei bis drei Köpfe Blumenkohl, je nach Größe und Appetit, drei Esslöffel Kokosöl flüssig, fünf gehackte Knoblauchzehen, ein Esslöffel Salz, ein halber Esslöffel Pfeffer, ein Esslöffel Hanfsamen und ein Esslöffel Zitronensaft, Chiliflocken nach gewünschtem Schärfegrad und die individuelle Dosis CBD-Öl. Während der Ofen mit 200 Grad Celsius Umluft vorgeheizt wird, gebt ihr die Blumenkohlröschen am besten in eine verschließbare Schüssel. Gewürze bis auf das CBD-Öl dazugeben, Deckel drauf, gut schütteln. Anschließend auf einem Backblech verteilen. Bis der Blumenkohl gar und knusprig ist, dauert es rund 30 bis 40 Minuten. Aus dem Ofen nehmen, CBD-Öl und Zitronensaft darüber geben. Bananenbrot mit CBD In der Obstschale Gammeln braune Bananen vor sich hin. Perfekt für diesen gesunden Snack. Ihr braucht für eine Kastenform 275 Gramm Dinkelmehl, zwei Teelöffel Backpulver, ein Teelöffel Zimt, eine Prise Salz, 50 Gramm Pflanzenmilch, Hafer, Soja, Kokos, 40 Gramm Kokosöl, drei bis sechs Datteln ohne Kern, vier überreife Bananen und die individuelle Dosis CBD-Öl. Das Backrohr auf maximal 160 Grad vorheizen. Währenddessen Dinkelmehl, Zimt und Salz vermischen. Pflanzenöl mit den Datteln pürieren. Das Kokosöl schmelzen. Die Bananen mit einer Gabel zerdrücken. Das Bananenmus, die Dattelmilch und die trockenen Zutaten vermischen. CBD und Kokosöl zugeben. Das Ganze in eine eingefettete Kastenform geben und glatt streichen. Rund 60 Minuten backen. Nach rund 40 Minuten mit der Stäbchenprobe überprüfen. Holzspieß ins Gebäck stecken. Wenn flüssiger Teig daran haftet, Backzeit verlängern. Perfekt bei Hitze. Salatvariation mit CBD. Dieses Rezept ist eine tolle, rasch zubereitete Kombi von saisonalem Obst und Gemüse für vier Personen. 80 Gramm Feldsalat, eine halbe Wassermelone in Würfeln, drei Aprikosen geviertelt, eine Viertelrübe einer roten Zwiebel, zwei Esslöffel Feta Schafskäse, eine Handvoll Minze gehackt, 6 Milliliter Balsamico-Essig, 85 Gramm Honig, 60 Milliliter bestes Olivenöl, Pfeffer und Salz und die individuelle Dosis CBD-Öl. Aprikosenhälften mit Öl beträufeln, eine Pfanne heiß werden lassen und pro Seite rund eine bis zwei Minuten karamellisieren lassen. Nicht verbrennen. Wassermelonenwürfel mit Minze mischen. Zwiebel in dünne Scheiben schneiden. Essig, Öl, Honig, CBD-Öl, Salz und Pfeffer verquirlen. Zwiebel und Feldsalat unter die Melone mischen. Mit der Salatsauce abschmecken und mit karamellisierten Aprikosenstückchen und Feta bestreuen. Krümelmonster, leckere CBD-Schoko-Cookies. Für zwölf Cookies mittlerer Größe, 130 Gramm Mehl, ein Teelöffel Backpulver, 200 Gramm weißer Zucker, 200 Gramm Rohrzucker, ein halber Teelöffel Salz, 350 Gramm Chocolate Chips, 225 Gramm weiche Butter, zwei Eier, ein Teelöffel heißes Wasser, eine Vanilleschote, 125 Gramm gehackte Nüsse, Walnüsse, Macadamia etc. und die individuelle Dosis CBD-Öl. Backofen auf 175 Grad vorheizen. Butter, Zucker und CBD-Öl mit einem Mixer schaumig rühren. Eier dazugeben, Vanilleextrakt aus der Schote ebenfalls. Nur mehr händisch einrühren, sonst wird der Teig zu fest. Backpulver ins heiße Wasser einrühren und mit dem Salz dazugeben. Mehl, Nüsse und Schokostückchen dazugeben, Cookies formen, auf ein gefettetes Backblech geben und 10 Minuten backen, bzw. bis die Ränder gebräunt sind. Essbares mit CBD kaufen. Wem das Backen mit CBD zu mühsam ist, der muss trotzdem nicht auf Süßwaren mit Hanföl verzichten. In einigen Shops sowie im Internet könnt ihr Gummibärchen, Schokolade, Lollis etc. mit CBD kaufen. Sogar manche Konditoreien sind auf den CBD-Hype aufmerksam geworden und verkauften Backwaren mit Hanföl, wie beispielsweise die österreichische Traditionskonditorei AIDA in Wien. Verkauften deswegen, weil es mittlerweile per Gesetzserlass in Österreich verboten wurde, CBD in Lebensmitteln zu verwenden. Freilich, sachliche Grundlage gibt es für dieses Gesetz keine. Die Lebensmittel wirkten weder berauschend noch sonst wie gesundheitsbeeinträchtigend, Im Gegenteil, auch ist kein EU-Gesetz diesbezüglich in Planung. Dennoch bedeutet dieses Gesetz zumindest vorübergehend das Aus für CBD-Backwaren aus österreichischen Konditoreien. Eine weitere viel diskutierte österreichische CBD-Attraktion ist der Automat Dr. Green Thumb in der Maria-Hilfer-Straße in Wien. Hier gibt es auf Knopfdruck getrocknetes CBD-Kraut zu kaufen. Auch wenn alles im legalen Bereich ist, so ist der Automat für viele dennoch ein Stein des Anstoßes, weil er den Drogenkonsum fördere. Ob stattdessen das Aufstellen von weiteren Zigarettenautomaten sinnvoller ist, wagt die österreichische Autorin anzuzweifeln. Wie gelassen hingegen unsere Schweizer Nachbarn mit dem Thema CBD umgehen, zeigt die Tatsache, dass es dort seit April 2018 getrocknetes CBD-Kraut beim Discounter Lidl zu kaufen gibt. 3 Gramm kosten 20 Franken und stammen ausschließlich aus Schweizer Anbau, aus nachhaltiger Agrarwirtschaft und ohne Zugabe von chemischen, synthetischen oder genveränderten Stoffen. Bei welchen Beschwerden hilft CBD? Es ist ein wenig schwierig, die Wirkung von CBD optimal darzulegen, wenn man es nicht als eierlegende Wollmilchsau betrachten will. Verständlicherweise wird Wirkstoffen, Heilmitteln etc., welche eine große Bandbreite an Wirkung haben, also den Anschein erwecken, für alles gut zu sein, eine größere Skepsis entgegengebracht. Aber wo fängt man an, wenn ein Stoff derart vielfältig ist wie das CBD? Versuchen wir also die Wirksamkeit von CBD möglichst nüchtern, emotionslos und wissenschaftlich zu betrachten und mit Studien zu belegen. Ob uns das gelingt, ohne langweilig zu werden? Sehen wir weiter. Konzentrieren wir uns auf die pharmakologisch belegten Eigenschaften des CBD, die da wären entkrampfend, entzündungshemmend, angstlösend, gegen Übelkeit, antipsychotisch wird noch näher untersucht. CBD bei Schlafstörungen Jeder, der schon einmal eine längere Zeit unter Schlaflosigkeit gelitten hat, weiß, welche enorme Beeinträchtigung der Lebensqualität dieser Zustand darstellt. Ohne guten, tiefen Schlaf können Körper und Gehirn nicht in den Regenerationsmodus schalten. Abgesehen davon ist man am nächsten Tag nicht leistungsfähig, was vor allem im Job wieder zu Problemen führt. Natürlich ist nicht jede Ein- und Durchschlafstörung gleich ein Anzeichen einer behandlungsbedürftigen Insomnie, jedoch gilt es, wenn es häufiger vorkommt, der Sache auf den Grund zu gehen. Wer einen hektischen Alltag hat, bis kurz vor dem Zu-Bett-Gehen Probleme wälzt, Laptop und Handy noch im Bett benutzt, bis die Augen zufallen, der wird übrigens auch mit der Einnahme von CBD nicht schlagartig von Schlafstörungen kuriert sein. Wälzt man sich jedoch die ganze Nacht schlaflos umher, findet nur kurzfristig in den Schlaf, um gleich wieder wie gerädert aufzuwachen und dies über einen längeren Zeitraum hinweg, wird CBD alleine als Problemlösung ebenfalls zu wenig sein. In so einem Fall sollte wirklich mit einem Arzt rückgesprochen werden, es können verschiedene Erkrankungen oder Medikamentennebenwirkungen hinter der Schlaflosigkeit, Insomnie, stecken. Abgesehen davon gibt es noch ein paar weitere Ursachen, die ihr beachten solltet, wenn ihr unter Schlafstörungen leidet. Häufige davon sind zu warme oder kalte Temperatur im Schlafzimmer, Essen kurz vor dem Schlafen gehen, ein schnarchender Partner, Depressionen, psychische Belastung, falsche Matratze oder zu wenig Dunkelheit im Schlafzimmer. Gibt es keinen greifbaren, erklärbaren Grund für die Schlafprobleme, ist es an der Zeit, ein schlafanstoßendes Mittel auszuprobieren. Natürlich könnt ihr einschlaffördernde Tees, Fußbäder etc. testen, erfahrungsgemäß ist deren Wirkung bei bestehenden Schlafschwierigkeiten jedoch zu gering. Warum hilft CBD bei Schlafproblemen? Ihr erinnert euch bestimmt noch an das Endokannabinoid-System unseres Körpers, mit dem Cannabinoide interagieren. CBD kann also unser zentrales Nervensystem beeinflussen. Das tut es auf folgende Weise. Es beruhigt, eventuell vorhandene Ängste werden gelindert, der Schlaf wird tiefer, die Schlafphasen verlängern sich. Außerdem spielt es bei manchen Menschen eine Rolle, dass CBD-Schmerz lindern und muskelentspannend wirkt. Wer mit Rückenschmerzen und Verspannungen im Bett liegt, wartet natürlich auch oftmals vergebens auf den ersehnten Schlaf. Diese Erfahrungen basieren teilweise auf den Berichten von CBD-Nutzern bzw. wird natürlich auch geforscht. Natürlich nicht so viel, als dass es den Verkauf von Schlafmitteln wesentlich beeinträchtigt. Niemals würde unsere Autorin dahinter eine gewisse Willkür vermuten. Erforscht wurde jedenfalls, dass das Endokannabinoid-System die Schlafstabilität reguliert. Wenn es euch interessiert, der Link zur englischsprachigen Studie findet sich im Anhang. Außerdem gibt es Versuche mit Ratten, deren Schlaf durch CBD reguliert wurde. Ein relativ neuer Trend wird aus der Schweiz berichtet, die mit dem Thema Cannabinoide recht entspannt umgeht. Hier sind es auffallend viele betagte Menschen, welche die Selbstmedikation mit CBD probieren, um Schlafprobleme und Altersleiden zu lindern. Als Dosierungsempfehlung bei Schlafproblemen fanden wir im Internet die Einnahme von 25 mg CBD täglich. Jedoch wird auch hier dazu gesagt, dass man mit der kleinstmöglichen Dosis anfangen soll. Ein weiteres Steigern bis zur maximalen Verzehrempfehlung ist immer möglich. Übrigens sollten die Schlafprobleme mit dem Restless Legs Syndrom RLS zusammenhängen, so kann auch hier die Einnahme von CBD hilfreich sein. Es beruhigt, entspannt und kann zudem auch direkt dort eingreifen, wo das Problem entsteht, nämlich bei den Neurotransmittern im Gehirn. Ein RLS geht nämlich oftmals mit einem Dopaminmangel einher. CBD bei Stress Stress ist an und für sich keine eigenständige Krankheit, kann aber durchaus die Entstehung begünstigen, wenn er von Dauer ist. Stichwort Burnout. Stress ist ein Faktor, der sich schlecht messen lässt und auf den jeder Mensch anders reagiert. Wie belastend Stress empfunden wird, hängt auch von der Dauer, der Stärke und der Art der Stressbelastung sowie von der Stressresistenz der betreffenden Person ab. Da das CBD über das Endokannabinoid-System Einfluss auf unseren Gehirnstoffwechsel nimmt, kann es durchaus einen positiven Einfluss auf Burnout, Angststörungen oder Depressionen nehmen. Das Endokannabinoid-System ECS ist unter anderem für die Produktion von Serotonin zuständig. Serotonin wiederum steuert sehr wichtige Vorgänge in unserem Körper, Glücksgefühl, Appetit, die Wahrnehmung von Schmerz, das Schlafbedürfnis. Manche Menschen neigen dazu, bei übermäßigem Stress äußerst ungesunde Arten der Kompensation anzunehmen, beispielsweise übermäßiger Konsum von Alkohol, Nikotin oder anderen Drogen, exzessives Sporttreiben oder Feiern. Eine unbedenkliche Methode der Stressbelastung entgegenzuwirken ist die Einnahme von CBD. Wie kann CBD bei Stress helfen? In Stresssituationen werden die großen Mengen des körpereigenen Botenstoffes Adrenalin ausgeschüttet. Ist der Adrenalinspiegel dauerhaft erhöht, ist dies für unseren Körper schädlich. Das CBD sorgt dafür, dass wir uns beruhigen und toleranter gegenüber Stress werden. Somit verringert sich auch die Adrenalinausschüttung. Das hat natürlich auch langfristige Vorteile, denn wie wir wissen begünstigt Stress auch das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Außerdem arbeitet CBD mit dem Neurotransmitter AEA zusammen, welcher ein körpereigenes Cannabinoid ist und im Grunde genommen die gleichen Funktionen erfüllt wie das CBD. Unter permanentem Stresslevel sinkt jedoch der AEA-Gehalt und freut sich über die Unterstützung von CBD. An dieser Stelle erwähnen wir auch noch, dass CBD nicht als Mittel der Wahl für Workaholics funktioniert, damit sie relaxed Tag und Nacht durcharbeiten können. Und klarerweise kann CBD die Probleme nicht lösen, die den Stress verursachen. Da chronischer Stress aber unser Immunsystem schwächt, wir an Verdauungsproblemen und Gereiztheit leiden, kann uns CBD zumindest dagegen widerstandsfähiger machen. Und dann fällt uns vielleicht auch die Problemlösung einfach leichter. Bei leichten Stresssymptomen ist ein 5%iges CBD-Öl zu empfehlen. Bei deutlicher Belastung kann auch zu 10%igem CBD-Öl gegriffen werden. Begonnen wird üblicherweise mit einer Dosis von 3x3 Tropfen. Nach einer Woche kann die Dosis auf 3x4 Tropfen erhöht werden. Bis zu 5-6 Tropfen täglich können eingenommen werden, um die Wirkung weiter zu verbessern. CBD und Epilepsie Definitiv beachtenswert ist es, was auf dem Sektor Epilepsie und Anfallserkrankungen passiert. Hier hat es CBD gleich mit einer sehr schweren Erkrankungsform der Epilepsie aufgenommen, dem Lennox-Gastaut-Syndrom. Wenn Kinder an dieser Form der Epilepsie erkranken, sind sie schwer zu therapieren und leiden meistens ihr ganzes Leben lang an schweren Anfällen mit Stürzen und daraus resultierenden Verletzungen. Im Rahmen einer Studie in Massachusetts USA wurde Patienten zusätzlich zu ihrer üblichen Dosis Antiepileptika 20 mg CBD verabreicht. Die Studienergebnisse legen nahe, dass CBD in Kombination mit anderen Antiepileptika die Anfallshäufigkeit mit Stürzen deutlich verringern konnte. Epilepsie ist eine sehr vielseitige und komplexe Erkrankungsform, weshalb es auch nicht das Medikament gegen Anfälle gibt. Dennoch berichten Betroffene immer wieder in Foren etc., dass ihnen die Einnahme von CBD zusammen mit ihrer Medikation Erleichterung im Alltag bringt. Die Häufigkeit und Heftigkeit der Krampfanfälle wurde oftmals reduziert. CBD und Multiple Sklerose Die Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems mit verschiedenen Symptomen in unterschiedlicher Ausprägung. Da man die genauen Ursachen der Entstehung noch nicht kennt, ist es auch schwierig, eine kausale Therapie zu finden. Vor allem auf dem Gebiet der Primärpro-Gredienten-MS, welche ohne Schübe aber mit oftmals rasch fortschreitendem Behinderungsgrad einhergeht, gibt es noch kaum Therapiemöglichkeiten. Da die Erkrankung Übertragungsfehler im zentralen Nervensystem verursacht, sind eine Vielzahl der Symptome neurologischer Natur. Schmerzhafte Muskelspastiken, Lähmungen, Sehstörungen, Sensibilitätsprobleme, neuropathische Schmerzen, extreme Müdigkeit sind nur einige Beispiele dafür. In der MS-Therapie kommen bereits zwei Cannabis-Medikamente zur Anwendung. Die THC-Tropfen namens Dronabinol, hauptsächlich gegen Schmerzen, und das Mundspray Sativex, ein synthetisches Gemisch aus THC und CBD gegen schmerzhaften Muskelhartspannen. Wie wir inzwischen schon öfters gehört haben, wirkt CBD auf unser zentrales Nervensystem. In Zusammenhang mit der Multiple Sklerose kann es folgende Symptome positiv beeinflussen. Für besseren Schlafsorgen depressive Symptome lindern, die entzündlichen Aspekte positiv beeinflussen, Muskeln entspannen und Schmerzen lindern. Was wir an dieser Stelle noch einmal ausführlich betonen wollen, dies sind keine ärztlichen oder therapeutischen Ratschläge. Wir bitten euch auch in keinster Weise, mit der Dosis eurer vom Arzt verschriebenen Medikation zu experimentieren, ohne Rücksprache zu halten. Bei Erkrankungen, bei denen eine Dauertherapie notwendig ist, soll das CBD nicht eure Medikation ersetzen, sondern als zusätzliche Ergänzung dienen. CBD bei Krebs. Mit großem Respekt nähern wir uns diesem Thema und betonen gleich eingangs, CBD ist kein Heilmittel für Krebs. Was man mit CBD jedoch versuchen kann, die Begleit- und Folgeerscheinungen einer Krebserkrankung bzw. Chemotherapie zu lindern. Die Forschung hat sich vor einigen Jahren intensiv mit dem Einfluss von THC auf Tumorerkrankungen beschäftigt. Was der WHO, Weltgesundheitsorganisation, jedoch Kopfzerbrechen bereitet, ist die Verträglichkeit, die Nebenwirkungen und das Abhängigkeitspotenzial des Cannabinoids. Bei CBD fallen diese Bedenken weg. Und was man inzwischen weiß, ist, dass CBD in der Lage ist, den Stoffwechsel von Krebszellen zu stören. Diese Tatsache kann man ausnutzen, um die Effektivität von Strahlen oder Chemotherapie zu steigern. Das wiederum ist durch einige Studien belegt. 2018 wurde eine Studie veröffentlicht, in der CBD an 119 Patienten mit unterschiedlichen Tumorarten verabreicht wurde, zusätzlich zur geplanten Krebstherapie. 28 nahmen nur das CBD ein. Die Patienten erhielten zweimal täglich 10 Tropfen 5-prozentiges CBD-Öl. Schwere Fälle erhielten zweimal 30 Tropfen. Die Patienten nahmen das CBD für mindestens sechs Monate ein, viele davon länger. Besondere Wirkung zeigte das CBD in dieser Studie an Patienten mit einem Glioblastum, äußerst aggressiver Hirntumor und Brustkrebs. Ebenso wie bei MS ist Cannabis zur Behandlung von Tumorschmerzen und Übelkeit bei einer Krebserkrankung akzeptiert und wird auch meistens von der Krankenkasse übernommen. Anerkannt ist die Behandlung jedoch weder mit THC noch mit CBD. CBD und Akne Auch wenn Akne an und für sich keine schwerwiegende Erkrankung darstellt, so ist das Hautproblem für die Betroffenen dennoch eine große psychische Belastung. Meistens tritt Akne hormonell bedingt in der Pubertät auf, aber auch Schwangerschaft, Wechseljahre oder die Einnahme der Pille können dafür sorgen, dass die Talgdrüsen der Haut übermäßig aktiv sind. Das hat wiederum fettige Haut zur Folge, die Talgdrüsen verstopfen und entzünden sich. Die Abheilung kann sogar mit Narben verbunden sein. Das Endokannabinoid-System kommt auch jetzt wieder ins Spiel. Entsprechende Rezeptoren finden sich nämlich nicht nur in unserem Gehirn, sondern auch in Haarfollikeln und Talgdrüsen. Diese Rezeptoren arbeiten normalerweise mit den körpereigenen Cannabinoiden zusammen. Logisch erscheint also, dass der Effekt nur positiv verstärkt werden kann, je mehr Cannabinoide zugeführt werden. Diese Annahme hat eine ungarische Studie bestätigt, denn tatsächlich aktiviert CBD die CB2-Rezeptoren und vermindert so die Talgproduktion. Ein weiterer positiver Aspekt ist die anti-entzündliche Wirkung von CBD. Bei Akne hat sich sowohl die innerliche als auch die äußerliche Verwendung von CBD in Form von Cremes und Salben bewährt. CBD bei Übelkeit und Brechreiz Übelkeit und Brechreiz sind eigentlich eine Abwehrreaktion unseres Körpers und sollen uns aufmerksam machen, dass etwas nicht stimmt – Infektion, verdorbene Lebensmittel oder ähnliches. Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, die Symptome sind meistens von kurzer Dauer und verschwinden wieder, wenn der Übeltäter aus unserem System verschwunden ist. Es gibt aber auch Krankheiten, Medikamente oder Behandlungen, wie die Chemotherapie, welche Übelkeit und Erbrechen als Nebenwirkung haben. Übelkeit und Erbrechen sind ebenfalls von Gehirn- und Nervensystem gesteuert. Eine vermehrte Serotoninausschüttung bewirkt zum Beispiel, dass wir erbrechen müssen. Wer das Kapitel von Anfang an gehört hat, ahnt, was jetzt gleich wieder ins Spiel kommt. Genau, das Endokannabinoid-System. Denn das ist zuständig für die Regulierung der Neurotransmitter, zu denen auch das Serotonin gehört. Somit kann sich das CBD also positiv auf Übelkeit und Brechreiz auswirken. Das einzige Problem, das sich in diesem Zusammenhang vielleicht stellt, ist die Form des Konsums. CBD-Öl hat einen starken, grasartigen Geschmack und ist eine ölige Lösung. Die Einnahme wird also nicht jedem Patienten, dem bereits stark übel ist, behagen. Da die Einnahme nur tropfenweise erfolgt, ist es trotzdem einen Versuch wert. Als Alternative kommt die Einnahme von CBD als Kapsel in Frage oder die Inhalation mittels Vaporisator. Wer glaubt, ein paar Schlucke eines Getränks zu sich nehmen zu können, kann das CBD-Öl auch dort hineinmischen. Einige Studien haben gezeigt, dass in der sauren Vorstufe von CBD, dem sogenannten CBD-A, sogar ein noch größeres Potenzial gegen Übelkeit und Brechreiz steckt, als in CBD. CBD bei Parkinson und Alzheimer Hoffnungsvoll klingen die Forschungen mit CBD für Patienten mit degenerativen Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer-Demenz. Bei beiden Erkrankungen handelt es sich um eine fortschreitende Degeneration des zentralen Nervensystems. Die Symptome kommen schleichend und verstärken sich stetig. Heilung ist derzeit noch keine in Sicht, ebenso wie die Ursachen noch nicht ausreichend erforscht sind. Da CBD die Muskeln entspannt, hat es sich vor allem in der Anfangsphase von Parkinson bewährt, wenn es zu schmerzhafter Muskelsteifigkeit kommt. Außerdem wurde von mehr Appetit und besserem Schlaf berichtet. Bei Parkinson kommt es zu einem Verlust der Dopamin-produzierenden Nervenzellen im Gehirn. Dadurch kommt es zu einem Ungleichgewicht der anderen Neurotransmitter. Forschungen zufolge kann das CBD hier regulierend eingreifen. Auch die antioxidative Eigenschaft von CBD kann hier einen wirksamen Beitrag leisten und sich positiv auf den Erhalt von Nervenzellen auswirken. Viele Medikamente gegen Parkinson wirken stark dämpfend und sedierend, was bei CBD nicht der Fall ist. Allerdings muss betont werden, dass Erfolge durch CBD bei Parkinson nur in sehr hoher Dosierung erreicht werden, 300 mg täglich. CBD bei Fibromyalgie Eine weniger bekannte, aber sehr schmerzhafte Fasermuskelschmerzen verursachende Erkrankung ist die Fibromyalgie. Mit dieser Erkrankung gehen auch Symptome wie starke Erschöpfung, Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen und depressive Verstimmung einher. Auch hierbei handelt es sich um eine chronische, nicht heilbare Erkrankung, an deren Entstehung noch geforscht wird. Weltweit sind rund 3 bis 4 Prozent der Bevölkerung von Fibromyalgie betroffen. CBD hat einen positiven Effekt auf praktisch alle der genannten Begleitsymptome und wirkt zudem schmerzlindernd und entzündungshemmend. Wie wir inzwischen wissen, sind chronische Schmerzen auch auf einen Mangel an Endokannabinoiden zurückzuführen. Die Einnahme von CBD führt also dazu, dass dieser Mangel ausgeglichen wird. CBD und Rheumatoide Arthritis Hierbei handelt es sich um eine schmerzhafte entzündliche Gelenkserkrankung, welche meistens um das 40. Lebensjahr auftritt. Dabei handelt es sich um einen Autoimmunprozess, der den Körper fälschlicherweise eigene Substanzen als fremd erkennen lässt. Das hat zur Folge, dass die betroffenen Gelenke mit der Zeit abgebaut werden. Diesen Prozess kann CBD zwar nicht verhindern, aber die damit verbundenen Schmerzen und Entzündungsreaktionen können durchaus gelindert werden. Das hat zur Folge, dass weniger starke Schmerzmittel eingenommen werden müssen. Außerdem kann sich die vor allem morgendlich und nächtlich auftretende Gelenksteifigkeit und somit die Mobilität verbessern. Da die Arthritis eine chronische Erkrankung ist, erfordert sie auch eine Langzeiteinnahme von CBD. Das kann im Laufe der Zeit zu einer Toleranz führen, sodass der Effekt nicht mehr spürbar ist und die Dosis wieder angepasst werden muss. Betroffene berichten von einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität und der Tatsache, dass CBD praktisch keine Nebenwirkungen verursacht, was als sehr positiv empfunden wird. Schmerzen sind ein Warnsignal unseres Körpers, das unsere Aufmerksamkeit erregen soll. Wird die Ursache gefunden und behandelt, klingen akute Schmerzen wieder ab. Anders ist es bei Schmerzen, deren Ursache behoben oder unbekannt ist und die länger als drei Monate andauern. Dann spricht man von chronischen Schmerzen. Sie führen zu starker körperlicher und seelischer Beeinträchtigung. Chronische Schmerzen führen dazu, dass Betroffene einen großen Verbrauch an verschiedenster Schmerzmedikation haben, was durchaus mit Nebenwirkungen verbunden ist. Bei chronischen Schmerzen sowie folgenden Schmerzzuständen ist CBD auf jeden Fall einen Versuch wert. Menstruationsbeschwerden, Migräne, Tumorschmerzen, alle durch Entzündungen verursachten Schmerzzustände, Karpal-Tunnelsyndrom, Muskelkater. Welche Dosierung von CBD bei Schmerzen? Klarerweise kann hier keine allgemeingültige Empfehlung abgegeben werden, zumal jede Person ein anderes Schmerzempfinden und eine andere Schmerztoleranzgrenze hat. Als Richtlinie lässt sich sagen, dass bei chronischen Schmerzen die Einnahme von 20 bis 25 mg CBD für maximal 25 Tage empfohlen werden. CBD bei Psychosen Es wird immer wieder diskutiert, ob das THC in Cannabis Psychosen auslösen kann. Darauf wollen wir jetzt gar nicht näher eingehen. Hier ist nämlich relevant, was das CBD kann und dem wird wiederum antipsychotische Wirkung nachgesagt. Wir haben im Kapitel der Unterschied zur THC bereits angesprochen, dass CBD quasi der beruhigende Gegenpol zum psychoaktiv wirksamen THC ist. Rund ein bis zwei Prozent der Bevölkerung erleidet mindestens einmal in ihrem Leben eine Psychose. Diese psychiatrische Erkrankung geht mit einer Störung der Wahrnehmung und der Auffassung der Realität einher. Stimmen hören, Persönlichkeitsveränderung oder auch starke Unruhe. Eine Psychose sollte möglichst umgehend behandelt werden. Oftmals ist ein stationärer Aufenthalt in einer entsprechenden Fachklinik unumgänglich. Natürlich kommt auch hier wieder das Endokannabinoid-System ins Spiel. Dass sich Psychosen auf die Einnahme von CBD hin verbessern, hängt offenbar mit der Erhöhung des körpereigenen Cannabinoids Anandamid zusammen. Genaueres muss hierzu allerdings erst erforscht werden. Sehr interessant ist eine aktuelle Studie aus 2018 von Dr. McGuire vom King's College in London. Er erklärt, dass Antipsychotika wirken, indem sie die Dopamin-Rezeptoren blockieren. Allerdings ist bei einer Psychose nicht nur die Funktion des Neurotransmitters Dopamin verändert. Also bietet sich CBD an, welches mit allen Neurotransmittern kommuniziert. In einer Studie wurde dies getestet, die Symptome der Patienten aus der CBD-Gruppe wurden deutlich gebessert. Die bisherigen Forschungsergebnisse legen nahe, dass CBD auch für die Behandlung von Schizophrenie, generalisierte Angststörungen und Entzugserscheinungen ein geeignetes pharmakologisches Profil aufweist. CBD bei Magen- und Darmproblemen Dass unser Bauch und unsere Nerven eng verbunden sind, wissen wir beispielsweise daher, dass Angst und Nervosität uns den Appetit verderben können bzw. auf den Magen schlagen. Das zentrale Nervensystem steht nicht nur mit dem Magennerven, sondern auch mit dem Darm- und dem Darmmikrobiom in engem Kontakt. Auch ist das Endokannabinoid-System verantwortlich für unser Hungergefühl, aber auch, für eine funktionierende Darmflora. Entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, das Reizdarmsyndrom, aber auch die Entstehung von Adipositas, Übergewicht, stehen also in Zusammenhang mit dem ECS. Was liegt also näher, als die Annahme, dass CBD, welches mit dem Endokannabinoid-System zusammenarbeitet, sich positiv auf viele Beschwerden des Magen- und Darmtraktes auswirkt? Und tatsächlich finden sich viele positive Berichte von zufriedenen Anwendern, welche über den wohltuenden Effekt von CBD berichten. Als anfängliche Verzehrempfehlung finden sich vier bis fünf Tropfen eines fünf bis zehnprozentigen CBD-Öls, je nach Intensität der Beschwerden. Bei Bedarf kann diese Dosis wöchentlich noch gesteigert werden. Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von CBD Nebenwirkungen können nicht nur bei synthetischen Arzneimittelstoffen auftreten, sondern auch bei natürlichen. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind aufgrund der körpereigenen Enzyme möglich, Nebenwirkungen aufgrund der Wirkungsweise von CBD. Gibt es auch Kontraindikationen, wenn CBD nicht eingenommen werden sollte? An dieser Stelle möchten wir die Stellungnahme der WHO, Weltgesundheitsorganisation, vom November 2017 bei der Tagung des Expert Committee on Drug Dependence zitieren. Die Experten haben alle bisherigen Untersuchungen zum Thema CBD gesichtet und sind zu folgender Schlussfolgerung gekommen. CBD hat keine psychoaktive Wirksamkeit. CBD weist eine gute Verträglichkeit von Mensch und Tier auf. CBD ist kein Risiko für die Volksgesundheit. Von CBD geht kein Abhängigkeitspotenzial aus. Außerdem wurde das therapeutische Potenzial von CBD bestätigt, insbesondere in der Behandlung von Epilepsie, Alzheimer, Parkinson, Krebs oder Psychosen. Mögliche Nebenwirkungen von CBD Das Nebenwirkungspotenzial von CBD ist sehr, sehr gering. Wenn Nebenwirkungen auftreten, hängt das oft mit dem Kauf von qualitativ schlechtem CBD zusammen. Diese Produkte können mit Chemikalien belastet sein oder dem angegebenen CBD-Gehalt ist nicht zu trauen. Damit euch das nicht passiert, empfehlen wir den Kauf von CBD-Produkten aus vertrauenswürdigen Quellen. Im Kapitel Wo kann ich CBD kaufen? nennen wir euch einige mögliche. Folgende Nebenwirkungen wurden im Zusammenhang mit CBD vereinzelt beobachtet. Trockner Mund. Dieser Effekt hängt mit der Wirkung des Endokannabinoid-Systems auf die submandibulären Drüsen zusammen. Diese sind für die Produktion von Speichel verantwortlich. Durch die CBD-Einnahme werden sie ein wenig in ihrer Funktion gehemmt, was zur Mundtrockenheit führen kann. Schläfrigkeit. Dieser Zusammenhang ist noch nicht genau geklärt und nach wie vor umstritten, ob hohe Dosen von CBD-Müdigkeit verursachen. Wir können dazu nur sagen, sollte nach der Einnahme von CBD-Müdigkeit auftreten, setzt euch bitte nicht ans Steuer eines Fahrzeuges und bedient keine Maschinen etc. Niedriger Blutdruck. Eine hohe Dosis CBD kann den Blutdruck gering senken. In der Regel passiert dies relativ rasch nach der Einnahme. Dies kann mit Benommenheit einhergehen. Das Problem geht rasch vorüber. Das Trinken von Kaffee oder Tee fördert das Wohlbefinden. Verstärktes Zittern bei Parkinson. Vereinzelt wurde bei hohen Dosen CBD eine Verstärkung des Zitterns bei den anfänglichen Gaben beobachtet. Wenn die Dosis gesenkt wurde, hat sich dieses Problem auch wieder gelegt. Beim normalen Gebrauch von CBD sind keine Nebenwirkungen zu erwarten. Es wirkt in keinster Weise toxisch oder gesundheitsschädlich und kann von Mensch und Tier bedenkenlos eingenommen werden. Wechselwirkungen von CBD CBD beeinflusst die Aktivität verschiedener Enzyme in unserem Körper. Diese Enzyme sind beispielsweise am Abbau von Medikamenten beteiligt. Das kann bedeuten, dass es zur Wirkungsverstärkung oder zu längerer Wirksamkeit von verschiedenen Medikamenten kommt. Wenn ihr aufgrund einer chronischen Erkrankung eine Dauermedikation einnehmen müsst, solltet ihr vor der Einnahme von CBD Rücksprache mit eurem Arzt halten. Insbesondere, wenn es sich um folgende Medikamente handelt. Pantoprazol oder Omeprazol, Säurehämmer, Marcumar und Varfarin, Blutgerinnungshämmer, Diclofenac, Schmerzmittel, Risperidon, Haloperidol und Globazam, Neuroleptika. Theoretisch sind Wechselwirkungen auch bei anderen Medikamenten möglich, welche über die Enzyme CYP3A4 und CYP2D6 verstoffwechselt werden. Zu diesen Medikamenten gehören auch Beta-Blocker für Herzkrankheiten, Antihistaminika bei Allergikern, trizyklische Antidepressiva oder einzelne Medikamente zur Senkung des Cholesterinspiegels. Kontraindikationen für die Einnahme von CBD Wir haben bereits an verschiedenen Stellen erwähnt, dass die Einnahme von CBD wirklich sicher ist. Und dies auch mit dem Zitat der WHO untermauert. Dennoch gibt es einige wenige Gründe, warum CBD nicht eingenommen werden sollte, zumindest nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft. Schwangerschaft Es ist noch zu wenig erforscht, ob CBD die normale Funktion der Plazenta ungünstig beeinflussen kann, aufgrund seines Einflusses auf spezifische Proteine. Aus diesem Grund sollten Schwangere auf die Einnahme von CBD verzichten, bis hier genauere Daten und Ergebnisse vorliegen. Auch über die Stillzeit gibt es noch zu wenig Daten, also auch in dieser Zeit sollte man sicherheitshalber auf CBD verzichten. Glaukom Es gibt Forschungsergebnisse, welche zeigen, dass CBD den Augeninnendruck bei Glaukom-Patienten anheben kann. Aus diesem Grund sollten diese Patienten kein CBD einnehmen. Appetitlosigkeit Ein gewisses Maß an Vorsicht ist bei schwer kranken und abgemagerten Personen mit fehlendem Appetit gegeben. Während THC-Appetits steigernd wirkt, kann die Einnahme von CBD den Appetit hemmen. Das sollte bei der Einnahme von CBD berücksichtigt werden. Lebererkrankungen Eine Studie mit Mäusen untersuchte die potenziell toxische Wirkung auf das Gewebe der Leber. Bei der Gabe von sehr hohen Dosen kam es bei manchen Tieren zu einem Leberschaden. Ob das auf den Menschen umlegbar ist, konnte nicht bewiesen werden. Solltet ihr aber an einem Leberschaden oder erhöhten Leberwerten leiden, sprecht vor der Einnahme von CBD mit eurem Arzt. Hilft CBD auch Tieren? Für unsere Haustiere wünschen wir uns nur das Beste und achten auf ihr Wohlbefinden, ihre Ernährung etc. Wenn unser vierbeiniger Gefährte erkrankt ist, versuchen wir umgehend ihm zu helfen. Nun wissen wir in etwa, welches Potenzial in CBD steckt und wie wir es für uns nutzen können. Doch wie sieht es bei Tieren aus? Können sie von Cannabidiol profitieren? Klinische Studien bestätigen bereits die Wirksamkeit von CBD bei Hunden, Katzen und Pferden. Nicht anders als der Mensch verfügen auch diese Tiere und zahlreiche weitere über ein Endokannabinoid-System, auf das wir inzwischen wirklich sehr oft im Zusammenhang mit der Wirkung von CBD hingewiesen haben. Bei Tieren ist es allerdings noch wichtiger, darauf zu achten, dass der THC-Gehalt extrem niedrig ist. Tiere können mit der psychoaktiven Substanz, welche zu Wahrnehmungsveränderungen, Verhaltensänderungen und Änderungen der Stimmung führt, nicht umgehen. Allerdings würden sie aufgrund ihrer körpereigenen Cannabis-Rezeptoren beim Konsum genauso high werden wie der Mensch. Das noch größere Problem ist aber die Tatsache, dass Tiere diesen Stoff nicht abbauen können. Auch das CBD wird anders verstoffwechselt als bei Menschen, was aber zu keinen negativen Auswirkungen führt. In vielen von uns im Anhang empfohlenen CBD-Shops kannst du CBD-Öl und andere Produkte speziell für dein Haustier erwerben. Wie wirkt CBD bei Tieren? Das nicht-psychoaktiv wirksame CBD kann bei Tieren ebenso wie bei Menschen entspannend, schmerzlindernd und angstlösend wirken. Vor allem die USA und Kanada sind führend bei Forschungen und Untersuchungen zu CBD in der Tierwelt. Hier hat man auch festgestellt, dass auch bei Hunden mit epileptischen Anfällen durch die Gabe von CBD die Anfälle deutlich verkürzt werden können. Es sorgt für eine raschere Entspannung der Muskeln bei den Krampfanfällen und eine schnellere Beruhigung des Hundes nach dem Anfall. Auch ältere Tiere mit Gelenksproblemen profitieren von CBD als Futterbeigabe zusätzlich zu Gelenksnährstoffen. Der schmerzstillende Effekt sorgt dafür, dass die Hunde agiler und ausdauernder in ihrer Bewegung werden. CBD als Futterergänzungsmittel Es müssen jedoch nicht unbedingt gesundheitliche Probleme die Ursache dafür sein, einem Tier CBD anzubieten. Es gibt einige Gründe, warum es auch als Futterergänzungsmittel bestens geeignet ist. Es steigert die Vitalität, erhöht die Ausdauer, erhöht die Energie, stärkt das Immunsystem, hilft bei der Verdauung und der Funktion des Stoffwechsels. CBD bei Angst- und Stresszuständen Was für viele von uns ausgelassenes Feiern bedeutet, ist für Haustiere Stress pur. Die Silvesternacht und die damit verbundene Lärmentwicklung durch Böller, Feuerwerk und Co. versetzen Hunde und Katzen in Panik. Tierärzte verschreiben oftmals Beruhigungsmittel dagegen. Die Ängste werden vom Tier aber trotzdem real erlebt. Für viele Hunde und Katzen sind auch längere Fahrten mit Stresssymptomen verbunden, was auch dazu führen kann, dass sich das Tier übergibt. Da CBD auf das zentrale Nervensystem wirkt, kann dem Tier dort geholfen werden, wo die Ängste entstehen. Wenn rechtzeitig, etwa eine Woche, vor der zu erwartenden Stresssituation mit der Gabe von CBD begonnen wird, baut sich erst gar kein so hohes Stresslevel auf. Falls du unsicher bist, ob CBD für dein Tier geeignet ist, frag deinen Tierarzt um Rat. Bei reinem CBD-Öl sind jedoch genau wie bei Menschen praktisch keine Nebenwirkungen zu erwarten. Legales Kiffen – die rechtliche Lage zu CBD Scheinbar tut sich der Gesetzgeber enorm schwer damit zuzugeben, dass etwas, was mit Hanf zusammenhängt, einen ausschließlich positiven Effekt hat, kein Gefährdungspotenzial birgt und kein Suchtpotenzial hat. Vor allem seit die Bevölkerung eine große Akzeptanz, Aufgeschlossenheit und großes Interesse gegenüber Cannabidiol und dessen vielfältigem Potenzial zeigt. Inzwischen hat es sich ja bis zu Großtante Elsa durchgesprochen, dass CBD kein Teufelszeug ist, sondern ihre Rückenschmerzen dadurch um ein Vielfaches gelindert werden. Die rechtliche Situation zu CBD in Deutschland CBD ist legal. Es ist erlaubt, CBD zu besitzen, zu kaufen, zu konsumieren. Warum? Weil es nicht psychoaktiv wirksam ist, im Gegensatz zu THC. Haben wir das schon einmal gehört? Wobei, wenn man ganz ehrlich ist, stimmt das so nicht. CBD verändert zwar in keinster Weise die Wahrnehmung und es tritt niemals einen Rauschzustand davon ein, aber es kann durchaus einen positiven Einfluss auf psychische Erkrankungen haben und bei Angstzuständen helfen. Dennoch, CBD unterliegt nicht dem Betäubungsmittelgesetz und ist somit legal. Ausnahme, wenn CBD zusammen mit THC als Arzneimittel verkauft wird, ist es rezept- und apothekenpflichtig, wie zum Beispiel das Mundspray Sativex bei Multiple Sklerose. Es wird jedoch nicht automatisch alles als legal abgesegnet, was das Etikett CBD trägt. Wichtig ist es nämlich, den gesetzlich vorgeschriebenen maximal erlaubten Gehalt an THC von 0,2% nicht zu überschreiten. Außerdem besteht in Deutschland eine Regelung bezüglich der Herkunft des Hanfes. Die CBD-Produkte müssen aus Nutzhanf gewonnen sein. Dieser verfügt nur über einen sehr geringen THC-Anteil. Sind diese Vorgaben erfüllt, darf CBD legal als Kosmetikprodukt oder Nahrungsergänzungsmittel vertrieben und erworben werden. Um CBD-Produkte zu kaufen, muss allerdings die Volljährigkeit 18 Jahre gegeben sein. Die rechtliche Situation betreffend CBD ist in Österreich derzeit ein wenig verwirrend. Grundsätzlich und momentan ist der Verkauf und der Erwerb von CBD-Produkten legal. Die Toleranzgrenze von THC liegt in Österreich sogar bei 0,3%. Allerdings gab es 2018 einen Aufschrei in der Politik, nachdem CBD stets an Beliebtheit gewann. CBD soll in Lebensmitteln und Kosmetikartikeln verboten werden. Die damit verbundenen Auswüchse wie etwa das Verschwinden von CBD-Gebäck aus dem Sortiment der Wiener Traditionskonditorei AIDA haben wir bereits an anderer Stelle erwähnt. Die meisten Shop-Inhaber registrieren ihre Produkte nun als Aromaöl etc., um nicht in rechtliche Konflikte zu geraten. Es war ein Gesetzentwurf in Arbeit, welcher vorsieht, dass nur mehr Faserhanf ohne Blüten angebaut werden darf. Der Anbau von medizinischem Hanf soll verboten werden. Auch soll CBD auf die Liste der Suchtmittel mit aufgenommen werden. Das würde das Aus von CBD in jeglicher Form bedeuten, denn dann wären sowohl Anbau als auch Verkauf und Besitz strafbar. Nun ist es zum einen so, dass das österreichische Hanfinstitut so gar nicht amused über diesen Gesetzentwurf ist und sich klar dagegen ausspricht und zum anderen eine Veränderung der politischen Situation in Österreich eingetreten ist oder eintreten wird. Bevor man endgültige Prognosen abgeben kann, müssen die Neuwahlen der Regierung im Herbst 2019 abgewartet werden. Bis dahin erwirbt man eben CBD als Raumduft oder Aromaöl. Die rechtliche Situation von CBD in der Schweiz Auch unsere Nachbarn in der Schweiz üben sich darin, ständig neue Gesetze zu verabschieden, was den Besitz, Anbau und Konsum von Cannabis betrifft. Trotzdem hat die Schweiz verglichen mit Deutschland oder Österreich eine eher liberale Drogenpolitik. Das zeigt sich darin, dass 2016 Cannabis als Tabakersatz eingestuft wurde. In der Schweiz kann man also legal Marihuana mit einem THC-Gehalt von bis zu einem Prozent erwerben. Das CBD stellt die Schweizer offenbar vor neue Herausforderungen, denn vieles ist noch nicht genau geklärt. Beispielsweise, wo der erlaubte Maximalgehalt von THC liegt. CBD-Öl gilt in der Schweiz als Lebensmittel. Zumindest derzeit. Es wird vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen geprüft, ob es die Voraussetzungen eines tatsächlichen Lebensmittels erfüllt. Somit sind CBD-Produkte, welche als oder mit Nahrungsmitteln konsumiert werden können, legal. Was hingegen in der Schweiz generell nicht erlaubt ist, sind CBD-Liquids für E-Zigaretten. Im Verdampfer darf CBD konsumiert werden. Des Weiteren ist CBD als Zusatzstoff in der Kosmetik verboten. Ebenfalls darf es nicht als Arzneimittel deklariert werden. Wie viele und welche CBD-Produkte ihr in die Schweiz mitnehmen dürft, solltet ihr im Vorhinein mit dem Zollamt abklären, um Schwierigkeiten zu vermeiden. Wie sieht es mit der Legalität von CBD in anderen Ländern aus? In jedem Fall raten wir davon ab, CBD-Produkte mit in den Urlaub in ein asiatisches Land oder den Nahen Osten zu nehmen. Da dort der Besitz von kleinsten Mengen Cannabis bereits zu mehrjährigen Haftstrafen führt, solltet ihr keine Diskussion eingehen, ob euer Kraut im Rucksack legal ist oder nicht. Fakt ist, es sieht aus wie THC und riecht auch so. Also bitte einfach auf die Mitnahme verzichten. Auch für Russland haben wir festgestellt, dass Cannabinoide, egal welche und in welcher Menge, auf jeden Fall verboten sind. Bei unseren Recherchen sind wir auf kein EU-Land gestoßen, in dem CBD derzeit illegal wäre. Zur Sicherheit bitten wir euch jedoch im Zweifelsfall, sich selbst noch einmal eingehend zu informieren. Vor allem auch, weil sich in vielen Ländern die Gesetzeslage ständig ändert. Wo kann man CBD kaufen? Nachdem ihr jetzt eine Menge durchaus Positives über CBD gehört habt, ist bestimmt der eine oder andere neugierig geworden und möchte die Produkte selbst ausprobieren. Nachdem wir die Rechtslage zur Legalität beleuchtet haben, geht es nun vor allem darum, dass die entsprechenden Produkte auch aus vertrauenswürdiger Quelle mit entsprechender Qualität stammen. Das bedeutet, dass ihr entweder eurem lokalen Hanfshop einen Besuch abstatten könnt oder auf entsprechende Händler im Internet zurückgreift. Damit ihr mit euren CBD-Produkten auch wirklich zufrieden sein könnt, haben wir hier ein paar Kauftipps und Shop-Empfehlungen für euch zusammengestellt. Worauf ist beim Kauf von CBD zu achten? Informiert euch ein wenig vor dem Kauf. Nachdem ihr diesen Tipp aus unserem Buch gehört habt, habt ihr genau das bereits gemacht. Prima. Ihr solltet nämlich einen groben Überblick darüber haben, welche Produkte am Markt erhältlich sind und welche Produkte ihr benötigt für eure individuelle Anwendung. Vergleicht die Preise. Günstig ist nicht gleich gut. Und das sagen wir euch nicht, um die Freude am Schnäppchen zu nehmen. Tatsache ist, dass es definitiv einen Grund hat, wenn CBD-Öl extra günstig angeboten wird. Und dieser Grund ist nicht die Humanität des entsprechenden Händlers. Vielmehr bedeutet es, dass die für das CBD-Produkt angegebene Konzentration wahrscheinlich nicht stimmt. Manche Händler geben sogar die saure Vorstufe zum CBD, die CBD-A-Säure, als CBD aus. Das hat natürlich auch zur Folge, dass das Produkt weniger wirksam ist. Außerdem hat die steigende Beliebtheit der CBD-Produkte auch zur Folge, dass der Markt mit ausländischen Produkten überschwemmt wird. Teilweise auch mit CBD, welches aus synthetischen Kristallen aus dem asiatischen Raum gewonnen wird. Lest auch die Begleit- und Zusatzstoffe. Künstliche Zusatzstoffe haben in einem qualitativ hochwertigen CBD-Öl nichts verloren. Lest euch die Bewertungen der Shops durch. Was schreiben andere Käufer? Waren sie mit den gelieferten Produkten zufrieden? An dieser Stelle seid doch bitte so nett und teilt auch eure hoffentlich positiven Erfahrungen auf der Seite des Händlers. Ihr helft damit auch anderen Kunden wieder bei ihrer Entscheidung weiter. Ist der Shop benutzerfreundlich? Wenn ihr online bestellt, ist der Bestellvorgang durchsichtig, einfach und unkompliziert? Ist die Shop und Rechnungsadresse in Deutschland, auch Österreich oder die Niederlande sind beispielsweise problemlos. Aber eine Briefkastenfirma auf den Malediven sollte es nicht sein. Gibt es einen Kundenservice, wird dir bei Problemen weitergeholfen. Welche Hersteller sind empfehlenswert? Am Ende dieses Kapitels findet ihr eine Liste mit Shop-Adressen von Herstellern, welche wir empfehlen können und mit denen wir auch selbst schon positive Erfahrungen gemacht haben. Worauf ist beim Kauf von CBD-Kapseln zu achten? Hier ist es besonders wichtig, auf die Inhaltsstoffe zu achten, da oft alles Mögliche in den Kapseln enthalten ist und der CBD-Gehalt zu kurz kommt. Oft wird vom Hersteller auch nur der CBD-Gehalt pro Kapsel angegeben. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, fragt in der Apotheke nach CBD-Kapseln. Dort sind sie allerdings deutlich teurer als im Internet. Was gibt es bei E-Liquids zu beachten? Hier gilt praktisch dasselbe wie bei den Kapseln, nämlich den CBD-Gehalt und die Zusatzstoffe im Auge zu behalten. CBD-Liquids werden mit und ohne Nikotin angeboten und sind oftmals mit einer Vielzahl an künstlichen Geschmacks- und Geruchsstoffen versetzt. Ein gutes E-Liquid ist THC- und Nikotinfrei und deshalb auch zur Rauch- und Marihuanaentwöhnung geeignet. Es ist hochdosiert von hoher Reinheit und natürlichem Geschmack. Gibt es ein Gütesiegel für Hanfprodukte? Leafly.de ist ein deutsches Wissensportal zum Thema Cannabis. Vor kurzem wurde das Leafly CBD-Gütesiegel entwickelt. So sollt ihr die Möglichkeit bekommen, qualitativ hochwertige Produkte rasch zu identifizieren. Damit CBD-Produkte das Leafly-Siegel bekommen, müssen folgende Parameter des Gütesiegel-Prüfkonzepts erfüllt werden. Pestizidrückstände, Schwermetalle, mikrobiologische Verunreinigungen, Terpene, Gehalt von CBD und THC. Außerdem müssen EU-zertifizierte Produkte über ein Zertifikat der guten Herstellungspraxis verfügen, GMP. Damit wird sichergestellt, dass die Produkte verträglich wirksam und sicher sind, also hohen pharmazeutischen Ansprüchen gerecht werden. Worauf wird beim Testen von CBD-Öl geachtet? Das CBD-Öl muss aufgrund seines Herstellungsverfahrens frei von Lösungsmitteln etc. sein. Laborchemisch wird es auf Rückstände von Pestiziden, Schwermetallen usw. untersucht. Natürlich wird auch der THC-Gehalt untersucht, der unter 0,2% liegen muss. Die Qualität entscheidet sich jedoch schon beim Anbau der verwendeten Hanfpflanze. Je hochwertiger der Hanf, desto besser ist natürlich das gewonnene CBD-Öl einzustufen. Optimal ist es, wenn auf 100% biologischen Anbau geachtet wird. Auch der Geruch und der Geschmack sind als Qualitätskriterium wichtig. CBD-Öl schmeckt scharf grasartig. Ein milder Geschmack deutet ebenfalls auf hohe Qualität hin. Für die Herstellung von CBD-Öl wird ein Basisöl benötigt, dessen Qualität wiederum wichtig für die Qualität des Endproduktes ist. Die Basis von hochwertigem CBD-Öl sollte Hanf- oder Olivenöl für guten Geschmack und den besten synergetischen Effekt sein. Unsere empfohlenen Bezugsadressen Schon oft haben wir in diesem Buch darauf hingewiesen, hier sind sie erhältlich. Die empfohlenen Bezugsadressen für CBD-Produkte finden sich auf metaller.de slash quellen. Ihr benötigt dazu das Passwort metaller.de ohne Punkt zusammen und kleingeschrieben. Studien zum Thema Cannabis und CBD Unser Fazit Zu guter Letzt befassen wir uns noch einmal ein bisschen damit, was die Wissenschaft zum Thema CBD zu sagen hat. Ärzte und Pharmakologen sind mit ihren Aussagen bezüglich CBD deutlich vorsichtiger als Heilpraktiker. Und werden natürlich auch nicht müde, als erstes zu betonen, dass THC psychoaktiv wirkt. Auch wenn die Frage eigentlich lautete, was halten sie von CBD? Das soll natürlich keine Pauschalverurteilung aller Ärzte darstellen. Aber nachdem im Zuge der Recherchen für dieses Buch eine beachtliche Menge an Stellungnahmen gelesen und auch gehört wurden, fällt dieser Umstand schon ein wenig auf. Man kann verstehen, dass es Medizinern missfällt, dass CBD auf manchen Seiten völlig übertrieben gehypt dargestellt wird. Wir hoffen, uns ist eine kritische, differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema gelungen. Nicht ohne zu einem positiven Fazit zu kommen, welches das CBD unserer Meinung nach verdient. Dennoch liegt es uns völlig fern zu behaupten, wir erzählen euch hier alles über ein neues Wundermittel, das alle Leiden im Nu kuriert. Dass CBD alleine keinen Krebs heilt, uns nicht die ewige Jugend schenkt und Wunden auch nicht durch Zugucken heilen lässt, ist uns durchaus bewusst. Wir haben uns bemüht, alles an Kritischem zu hinterfragen und auch mit in unser Buch einzubringen. Die Tatsache, dass diese Punkte sehr schmal ausgefallen sind, ist darin begründet, dass es sich bei hochwertigem CBD um ein sehr sicheres Produkt handelt und es praktisch kaum zu Nebenwirkungen kommt. Ob ihr CBD für euer persönliches Wohlbefinden testen wollt oder nicht, bleibt schlussendlich euch überlassen. Wir hoffen jedenfalls, dass wir euch gut und umfassend informiert haben, sodass euch die Entscheidung nicht schwerfällt. Und nun fühlen wir CBD im Namen der Wissenschaft auf den Zahn. Studien zu Cannabinoiden wurden unter anderem bei folgenden Erkrankungen durchgeführt. CBD und die Psyche. Wir haben bereits angesprochen, dass CBD einen Antagonisten zur Wirkung von THC darstellt. Ebenso, dass CBD den Abbau des körpereigenen Cannabinoids aneinander mithemmt und so dessen Konzentration in unserem Körper steigert. Über das Zusammenwirken der Rezeptoren im Endokannabinoid-System kann eine angstlösende antidepressive und neuroprotektive Wirkung erreicht werden. An der Universität von Mailand wurde festgehalten, dass CBD vermutlich antipsychotisch wirkt und dass man bei generalisierten Angststörungen von der CBD-Einnahme profitieren kann. Da CBD mit dem Serotonin-Spiegel interagiert, welcher wiederum in der Behandlung von Depressionen von Bedeutung ist, sofern er zu niedrig ist, hat es vermutlich auch antidepressive Wirkung, so die Forscher der Universität von Sao Paulo in Brasilien. In Australien an der Universität von Wollongong stellte man THC im Dauerkonsum kein gutes Zeugnis aus. Dauerkonsumenten weisen eine erhöhte Neigung zu psychotischen Symptomen, Gedächtnisstörungen und eine beeinträchtigte Wahrnehmung auf. Im Rahmen einer Studie wurde einigen Dauerkonsumenten von THC stattdessen CBD verabreicht, welches gut vertragen wurde und keine schädlichen psychologischen Auswirkungen zeigte. Zudem war das CBD in der Lage, die bereits vorhandenen psychischen Anfälligkeiten zu lindern. Das zeigte den Forschern, dass CBD wichtig sein könnte bei der Behandlung von Cannabisabhängigkeit. Eine Studie wurde auch zur antipsychotischen Wirkung von CBD durchgeführt. Eine Gruppe bekam Placebo, eine andere CBD zur üblichen Medikation. Die CBD-Gruppe zeigte eine deutliche Verbesserung der psychotischen Symptome, inklusive einer Verbesserung ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit. Daraus schloss man, dass sich CBD positiv auf Patienten mit Schizophrenie auswirken kann. CBD bei entzündlichen Darmerkrankungen Reizdarm, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind immer noch teilweise rätselhaft, zumal ihre Ursache noch wenig erforscht ist, was die Behandlungswege nicht vereinfacht. Darmerkrankungen wurden bereits vor Jahrtausenden erfolgreich mit Cannabis behandelt und inzwischen glauben auch die Forscher an das Potenzial von Cannabis bei entzündlichen Darmerkrankungen. Forscher der Medizinischen Universität Graz in Österreich erklärten 2017, dass medizinisches Cannabis, THC und CBD immer öfter erfolgreich gegen Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen und Durchfall eingesetzt wird. Das körpereigene Endokannabinoid-System, dem wir inzwischen wohl alles zutrauen, steuert auch Entzündungsprozesse in unserem Körper. Auch im Darm finden sich die Cannabinoid-Rezeptoren CB1 und CB2. Deren Aktivierung kann zur Hemmung von Entzündungen führen. Die Forscher der britischen University of Bath glauben vor allem an eine wichtige Funktion von CB2. Werden die CB1-Rezeptoren aktiviert, können Durchfallsymptome deutlich gebessert werden. Da entzündliche Darmerkrankungen auch mit Bauchkrämpfen und Schmerzen einhergehen, zeigt die schmerz- und krampflindernde Wirkung von Cannabis einen durchaus positiven Effekt, stellte man bereits 2005 in einer Pilotstudie in Kanada fest. Cannabis bei Alzheimer Die Universität von Jerusalem hat sich mit dem bei Ärzten noch weniger beliebten THC auseinandergesetzt. Und zwar stellten sie fest, dass Marihuana eine Verlangsamung des neurodegenerativen Abbaus bewirkt. Die Krankheit also langsamer fortschreitet. Diese Studie wurde allerdings im Maus-Modell durchgeführt. Wen es interessiert, der findet online den Direktlink zur Studie. Die Autorin hat beim zweiten Lesen festgestellt, dass es sich hierbei um synthetisches THC ohne berauschende Wirkung handelte. Cannabis und Krebs Im Kapitel »Bei welchen Beschwerden kann CBD eingenommen werden?« haben wir bereits eine Studie mit 119 Tumorpatienten erwähnt, in der vor allem Patienten mit Glioblastomen, aggressiven Hirntumoren und Brustkrebs profitierten. Die Autoren der Studie berichten außerdem von einem Rückgang von Metastasen und dass es bei keinem der Patienten zu Nebenwirkungen gekommen sei. Festhalten muss man, dass es sich auch hier um medizinisches Cannabis handelte, unter anderem das Mundspray Sativix. Die Studie zum Nachlesen findet ihr in den Quellen. Geforscht wurde unter anderem zu Bauchspeicheldrüsenkrebs, Mundkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Leberkrebs und Blutkrebs. Zusammenfassend kann man festhalten, dass CBD einen Einfluss auf die Lebensdauer von Tumorzellen nimmt und teilweise auch deren Wachstum und die Verbreitung hemmt. Hoffnung macht dies vor allem bei aggressiven und schwer behandelbaren Tumorarten wie Bauchspeicheldrüsenkrebs, Lungenkrebs oder Glioblastomen. CBD bei Knochenbrüchen An der Universität von Jerusalem verabreichte man Ratten mit Knochenbrüchen eine gewisse Menge an CBD. Es wurde eine schnellere Genesung beobachtet und im Anschluss blieben die Knochen stabiler. Ob man das auf den Menschen so umlegen kann, wurde noch nicht erwiesen. In den Quellen online findet ihr den Direktlink zur Studie. CBD bei Epilepsie Auch hier haben wir im Kapitel, bei welchen Beschwerden kann CBD eingenommen werden, bereits Bezug genommen auf das Lennox-Gastot-Syndrom bei Kindern, eine schwer therapierbare Form der Epilepsie mit häufigen Sturzanfällen. Eine weitere schwer behandelbare kindliche Epilepsieform ist das Dravet-Syndrom, welches mit wechselnden Anfallsarten psychomotorischer Beeinträchtigung und verlangsamter intellektueller Entwicklung einhergeht. 2017 wurde eine erste Studie an 23 Zentren in USA und Europa durchgeführt. 120 Kinder und Jugendliche zwischen 2 und 18 Jahren nahmen daran teil und wurden mit 20 Milligramm pro Kilo Körpergewicht Cannabidiol oder Placebo zusätzlich zu ihrer Medikation behandelt. Bei 43 Prozent der Studienteilnehmer kam es zu einer Reduktion ihrer Anfälle um mindestens die Hälfte. Bei 62 Prozent kam es zu einer deutlichen Verbesserung ihres Gesamtzustandes. Bei 5 Prozent der Teilnehmer kam es sogar zur Anfallsfreiheit. Ebenfalls in Israel wurde zum Thema CBD und Epilepsie 2014 eine Studie durchgeführt, und zwar an 74 Kindern und Jugendlichen zwischen 1 und 18 Jahren. Alle erhielten CBD-Öl, aufgelöst in Olivenöl, in einem Mischungsverhältnis CBD zu THC 20 zu 1, überdurchschnittlich 6 Monate, angepasst an Alter und Körpergewicht. Das Ergebnis lautete, dass bei 89 Patienten die Anfallshäufigkeit deutlich rückläufig war. Nur bei 5 Kindern erhöhte sich die Schwere der Anfälle, weshalb hier die Behandlung abgebrochen wurde. An weiteren positiven Effekten wurde beobachtet, dass die kognitiven Fähigkeiten, Aufmerksamkeit, Sprache, Kommunikation der Kinder sich verbesserten, ebenso wie das Schlafverhalten. Bei Epilepsie-Erkrankungen gilt natürlich ebenfalls ganz besonders, bitte nichts ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt unternehmen und keine eigenmächtigen Veränderungen der bisherigen Medikation vornehmen. Wer sich die israelische Studie durchlesen mag, findet sie online in den Quellen. Über Studien mit CBD Viele Forschungen aus dem Bereich der Cannabis-Medizin wurden bislang erst im Tiermodell, oftmals Mäuse und Ratten, durchgeführt. Teilweise wurde auch an isolierten Zellproben geforscht. Maßgeblich sind vor allem klinische Studien, welche die Wirkungsweise an kranken oder gesunden Menschen testen. Klinische Studien haben unter anderem zu folgenden Rückschlüssen geführt. CBD kann hilfreich bei Epilepsie sein, vor allem bei schwer therapierbaren Epilepsien des Kindesalters, wie das Lennox-Gastaut oder das Dravet-Syndrom. CBD kann einen positiven, limitierenden Effekt auf Psychosen, ausgelöst durch THC, haben. CBD kann sich positiv auf Schädigungen des Gehirns, ausgelöst durch THC, bei Dauerkonsum auswirken. CBD kann dabei helfen, die Nikotinabhängigkeit zu besiegen, CBD kann angstlösend wirken. CBD kann den Allgemeinzustand von Parkinson-Patienten verbessern. CBD kann einen positiven Einfluss auf Schizophrenie-Patienten haben. CBD kann allgemeine Nervosität, Prüfungsangst, soziale Phobien etc. lindern. CBD kann die entzündliche Darmerkrankung Colitis ulcerosa lindern. Und CBD kann übermäßigen Appetitbremsen und Adipositas vermeiden helfen. CBD kann bei Ein- und Durchschlafstörungen helfen. CBD kann vorbeugenden Einfluss auf die Entstehung einer Graft- vs. Host-Erkrankung, systemische entzündliche Erkrankung, nach einer Knochenmarktransplantation haben. Bei manchen Erkrankungen wird auch untersucht, wie sich die Einnahme von THC und CBD gemeinsam auswirken. Dazu gehören beispielsweise die entzündliche Darmerkrankung Morbus Crohn, allgemeine Nervenschmerzen, die neurologische Erkrankung Multiple Sklerose, Gliome, Hirntumore, Lungenmetastasen und Brustkrebs. Partial-synthetisches THC ohne Rauschwirkung zeigt sich vor allem in der Behandlung von starken Schmerzzuständen wirkungsvoller als CBD. Weitere Einsatzgebiete von isoliertem THC sind wie folgt Schmerzen in der Tumorbehandlung und Palliativmedizin, Übelkeit bei Chemotherapien, Auszehrung und Appetitlosigkeit bei Tumor- und Aids-Patienten, Muskelspastiken bei Multiple Sklerose und chronische neuropathische Schmerzen. Bei den in den Studien verwendeten Cannabis-Produkten handelt es sich stets um medizinische Reinsubstanzen, da die Zusammensetzung der Cannabis-Pflanze großen Schwankungen unterliegt. FAQs zum Thema CBD Wie lagere ich CBD-Öl richtig? Das CBD-Öl sollte kühl und dunkel sowie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Der Kühlschrank ist allerdings nicht der richtige Aufbewahrungsort, denn dann kann sich die Konsistenz verändern. Wie lange ist CBD-Öl haltbar? Bei korrekter Lagerung in etwa ein Jahr lang. Kann ich CBD-Öl rauchen? Davon raten wir ausdrücklich ab, denn durch die Verbrennungsreaktion wandeln sich nützliche Bestandteile des Öls in Giftstoffe, welche sogar krebserregend sein können. Gegen das Inhalieren in einem Verdampfer spricht aus jetziger Sicht nichts. Fällt CBD unter das Betäubungsmittelgesetz? Definitiv nein. Ab welchem Alter darf ich CBD-Produkte kaufen? Das Betreten von CBD-Fachgeschäften ist in der Regel erst ab 18 Jahren erlaubt, ebenfalls der Online-Erwerb von CBD-Produkten. Ist CBD eine Droge? Hm, eine Fangfrage. Definieren wir Droge einmal im Sinne der WHO? Eine Substanz, die Veränderungen in einem lebenden Organismus hervorruft. Laut dieser Definition müsste die Antwort lauten Ja, ebenso wie Kaffee, Schwarztee, Energydrinks, die Kopfschmerztablette, die Vitamin-C-Brause. Der Begriff Droge ist im allgemeinen Sprachgebrauch Substanzen vorbehalten, welche illegal sind und als solches negativ besetzt. CBD gilt also im Allgemeinen nicht als Droge. Warum gibt es im CBD-Shop so wenig Infos zur Wirkung? Weil die Produkte nicht als Heil- oder Arzneimittel verkauft werden dürfen und auch nicht als solche beworben werden dürfen, sonst wäre der Vertrieb nämlich illegal. Darf ich mein CBD mit in den Urlaub nehmen? Innerhalb der EU würden wir mal sagen, ja, das gilt auch für andere Länder, in denen der Cannabiskonsum legal ist. Keinesfalls sollte der CBD nach Asien oder in den Nahen Osten einführen, aufgrund der dortigen strengen Drogengesetze. Kann ich CBD auf Rezept bekommen? CBD ist kein Suchtgift und es ist auch nicht rezeptpflichtig. Man kann CBD in Tropfen- oder Kapselform legal in der Apotheke erwerben und benötigt dazu kein Rezept. Ob in begründeten Einzelfällen Kostenübernahmen durch die Kasse möglich ist, entzieht sich unserer Kenntnis und muss mit dem behandelnden Arzt besprochen werden. Kann ich mein CBD-Öl auch für mein Haustier verwenden? Wenn es sehr niedrig dosiert ist, also mit 2-3% und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt, sodass man sich auch auf den THC-Gehalt unter 0,2% verlassen kann, dann ja. Ansonsten empfehlen wir die CBD-Produkte, welche speziell für Haustiere konzipiert und vertrieben werden. Wie verabreiche ich meinem Haustier CBD? Hunde sind relativ unkompliziert und nehmen das CBD-Öl als Futterbeigabe meistens ohne weiteres an. Bei Katzen kann ein veränderter Geruch und Geschmack des Futters durchaus bedeuten, dass das Schälchen auf der roten Liste landet und verschmäht wird. Hier hilft dann nur das Einträufeln mit Pipette oder kleiner Spritze direkt ins Maul. Kann ich CBD überdosieren? Natürlich kann es passieren, dass man mehr CBD-Öl einnimmt, als das für das Krankheitsbild eigentlich vorgesehen ist. Zu einer klassischen Überdosis-Reaktion, wie man es von anderen Medikamenten, zum Beispiel Schmerzmittel kennt, kommt es bei CBD praktisch nie. Maximal wurde verstärkte Müdigkeit beobachtet oder eine gewisse Toleranz gegenüber dem Wirkstoff. Eine CBD-Überdosierung ist vor allem eins, Geldverschwendung. Darf ich CBD aus dem Ausland einführen? Das kommt auf den THC-Gehalt an. In Deutschland herrscht eine Toleranzgrenze von 0,2%. In der Schweiz ist sogar noch 1% THC erlaubt. Diese Produkte würden in Deutschland zu rechtlichen Problemen führen. Achtet also auch bei Bestellungen aus dem Internet immer auf den THC-Gehalt. Darf ich ein Kfz lenken, wenn ich CBD konsumiert habe? Nachdem CBD nicht psychoaktiv wirkt und keine Veränderung des Bewusstseins hervorruft – rein rechtlich auf jeden Fall. Solltet ihr euch allerdings mit ungewöhnlicher Müdigkeit konfrontiert sehen, so solltet ihr zu eurer eigenen Sicherheit auf die Teilnahme am Straßenverkehr verzichten. Ist CBD im Drogentest nachweisbar? In der Regel wird dafür ein Urintest durchgeführt, welcher auf den Nachweis von THC ausgelegt ist. Dort wird das CBD nicht angezeigt. Umso wichtiger ist es allerdings, auf die Qualität der CBD-Produkte zu achten, bei denen auch die 0,2%-Grenze von THC eingehalten wird. Wenn du tatsächlich große Dosen CBD-Hanföl konsumierst, solltest du auf einen 0%-Gehalt von THC achten, damit es nicht zu einer Sammlung von Restspuren kommt. Grundsätzlich solltet ihr das Thema CBD-Öl nicht eigenständig bei einer polizeilichen Kontrolle thematisieren, da unter Umständen nicht alle Polizeibeamten diesem Thema offen gegenüberstehen und über entsprechende Kenntnis verfügen. Darf ich für den Privatgebrauch Hanf anbauen? In Deutschland ist der Privatbesitz von Hanfstauden verboten. In Österreich und der Schweiz wird der Besitz zum Thema, wenn die Staude blüht. Der THC-Gehalt der Blüten darf die 0,3% in Österreich und die 1% in der Schweiz nicht übersteigen. Kann ich CBD-Öl selbst herstellen? Theoretisch ja, zumal der Besitz der Blüten mit dem entsprechenden THC-Gehalt erlaubt ist. Allerdings erfordert die Herstellung einen großen Aufwand und ein gewisses Laborchemisches Knowledge. Eine Alkoholextraktion ist gefährlich und kann zu einer Verpuffungsreaktion oder Explosion führen. Außerdem werden bei dieser Herstellungsart viele nützliche Inhaltsstoffe zerstört. Es ist allerdings die einzige Möglichkeit zur heimischen Herstellung. Wir raten in diesem Fall, die Finger davon zu lassen und auf ein fertiges, qualitativ hochwertiges CBD-Öl zurückzugreifen. Muss ich ein Arzt aufsuchen, bevor ich CBD einnehme? Das hängt von der Art der zu behandelnden Symptome ab. Bei einer schweren Erkrankung oder wenn dauerhaft Medikamente eingenommen werden müssen, sollte auf jeden Fall Rücksprache gehalten werden. Bei leichten Symptomen wie vorübergehenden Schmerzzuständen oder leichten Schlafstörungen kann die Wirksamkeit mit einer niedrigen Dosierung auf Eigeninitiative hin getestet werden. Wie fühlt sich die Einnahme von CBD an? Auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen. Ihr bekommt von CBD keinen Rausch, egal wie hoch ihr es dosiert. Statt high sein und matschig im Kopf setzt bei vielen Konsumenten ein leichter Entspannungszustand ein. Manche erleben eine Steigerung der Konzentrationsfähigkeit. Solltet ihr unter Schmerzen leiden, könnte eine lindernde Wirkung zu erwarten sein. Alle unsere Quellenangaben sowie die Links zu weiterführenden Studien und unserer umfassenden Liste an CBD-Shops finden sich im E-Book, das ihr unter www.metaller.de slash Quellen herunterladen könnt. Ihr benötigt dazu das Passwort metaller.de, zusammen und kleingeschrieben. Haftungsausschluss bzw. allgemeine Hinweise zu medizinischen Themen Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information. Wir erheben nicht den Anspruch, den Rat eines Arztes oder Apothekers zu ersetzen. Ganz im Gegenteil, wir ermutigen dich ausdrücklich, diesen zu suchen. Nutze die gewonnenen Informationen keinesfalls für eigenständige und ungeprüfte Diagnosezwecke oder zur Behandlung, Heilung oder Verhütung von Krankheiten. Nimm sie auch nicht als Grundlage für eigenständige Diagnosen sowie den Beginn einer Änderung oder gar der Beendigung einer Behandlung von Symptomen oder Krankheiten. CBD-Produkte werden als Nahrungsergänzungsmittel angeboten und stellen in keiner Weise einen Ersatz für verschriebene Medikamente dar und dürfen bei Schwangerschaft oder während der Zeit des Stillens nicht angewendet werden. Auch hier frag deinen Arzt oder Apotheker, bevor du mit der Einnahme oder Anwendung beginnst. Alle hier dargelegten Texte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann die Aktualität, Richtigkeit und wissenschaftliche Ausgewogenheit garantiert werden. So sorgfältig recherchiert diese Informationen auch sind, sie ersetzen in keiner Weise die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei gesundheitlichen Fragen oder bei Beschwerden oder Unverträglichkeiten während der Einnahme fragt dein Arzt oder Apotheker. Wir übernehmen keine Haftung für Fehlinterpretationen dieser Informationen, für daraus gezogene Bewertungen und Einschätzungen oder Diagnosen. Ebenso übernehmen wir keine Haftung für Schäden, Unannehmlichkeiten oder Nebenwirkungen, die sich aus der Anwendung und Umsetzung der hier dargestellten Informationen oder Produkte ergeben. Mit einem Satz. Du bist für dich selbst verantwortlich für die Folgen. Informiere dich daher gut und gründlich. Das CBD-Buch von metaller.de von Doris Gapp und Michael Färber. Gelesen von Michael Gückl. Eine Produktion der Hörbuchfabrik.